Ja, einen wunderschönen guten Abend. Aus irgendeinem Grund gibt es heute keinen Ton. Deswegen spreche ich jetzt gleich, denn ich habe Ton. Und ich möchte Sie herzlich begrüßen, dass Sie heute hier hergekommen sind zu Magna Conflictio. Ich möchte auch alle diejenigen herzlich begrüßen, die jetzt live zugeschaltet sind auf www.magna-conflictio.de. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für, wie ich glaube, ein ganz besonders wichtiges Thema. Wer von Ihnen war letzten Samstagabend da? Wir hatten am letzten Samstag viel, viel Stoff. Ich glaube, Sie haben wahrscheinlich mindestens eine Nacht gebraucht, das alles erstmal so zu verarbeiten. Ich auch. Und ich kann Ihnen versprechen, nächsten Samstagabend wird es nicht so lange gehen. Wir haben wieder fünf Fragen gehabt und ich bin mal gespannt, ob Sie diese fünf Fragen jetzt beantworten können. Unsere erste Frage war gewesen, wie hieß der religiöse Anführer im Bauernkrieg? Thomas Münzer, ganz genau. Das war er gewesen und es hat kein gutes Ende mit ihm genommen. Er war ein Schüler von den Zwickau-Propheten, hat gemeint, die Welt reformieren zu müssen, vor allem mit Gewalt. Und dann ist er mit Gewalt gestorben. Zweite Frage war, wo fand die Protestaktion der lutherischen Fürsten statt? In Speyer, ganz genau. Wo? Wann? Das war 1529. Und ein Jahr später dann, 1530, das Bekenntnis zu Augsburg zum protestantischen Glauben. Seit diesem Datum 1529 spricht man von Protestanten. Und wir haben gelernt, die Protestanten haben nicht so sehr gegen Rom an sich protestiert, sondern, wo haben die eigentlich protestiert? Gegen einen Kompromiss. Ganz wichtige Lehre, die wir da ziehen konnten. Dritte Frage war gewesen, welche Stadt wurde zum Zentrum des europäischen Protestantismus? Aus Genf, da kommt sie aus der Pistole geschossen. Und das Tolle war gewesen, dieses große Bollwerk der Wahrheit wurde gewonnen durch einen ganz unscheinbaren jungen Mann, nicht wahr? Antoine Frommand mit 23 Jahren, dem keiner das zugetraut hätte. Der hat die Stadt reformiert und ist dann lange Zeit später, ist diese Stadt ein großes Zentrum für die Wahrheit gewesen. Und dann hatten wir folgende Frage, welche biblische Lehre entdeckte Menno Simons? Wer weiß es noch? Das war der, der dann später die Mennoniten gegründet hat. Ja? Genau, er war derjenige, der die Erwachsenentaufe entdeckt hat. Er war nicht der Erste, aber er hat sie dann auch selbst entdeckt und ist zum Führer all dieser Täufer geworden, die die Erwachsenentaufe praktiziert haben. Und weiß jemand noch, aus welchem Land er kam? Aus England kam er nicht ganz. Aus einem Land, das nahe bei England liegt. Aus Holland, genau. Auf der anderen Seite vom Kanal. Aber ganz viele andere kamen aus England. Aus England, die wir angeschaut haben. Zum Beispiel der hier, der kam aus England. Welcher Missionar ging 1735 nach Amerika, um die Indianer zu bekehren? Ja? Da habe ich es schon gehört? Das war John Wesley, nicht wahr? Den kennt man eigentlich ganz gut, nur die Geschichte ist ein bisschen unbekannt. Und auf diesem Weg, weißt du, wann noch was passiert ist auf dem Weg nach Amerika? Da gab es diesen Sturm, nicht wahr? Und in diesem Sturm hat er dann auf dem Boot jemanden getroffen, eine Gruppe von Menschen getroffen, nämlich die böhmischen Brüder, Nachfahren der Hussiden, die so ein Frieden im Herzen hatten, dass er dadurch angesprochen worden ist und selbst auch den Glauben an Jesus vertieft bekommen hat und sich wirklich bekehrt hat. Damit kommen wir zu den fünf Fragen für heute Abend. Unser Thema, wie gesagt, zwei Republiken, Niedergang und Aufstieg. Und hier sind die fünf Fragen. Und noch einmal möchte ich die Spielregelung erklären. Wir antworten nicht laut, sondern denken nach und versuchen im Laufe des Abends die Antworten aufzuschnappen. Und wenn Sie bisher da gewesen sind, wissen Sie, dass ich das eigentlich immer recht einfach mache. Vor der Antwort mache ich immer eine kurze Pause oder so, aber Sie werden es uns schon merken. Frage Nummer eins. Wann endete die 1260-jährige Herrschaft des Papsttums? Wenn Sie es wissen, bitte nicht antworten. Es könnte sein, dass der eine oder andere sich schon damit beschäftigt hat. Eine ganz interessante Sache, die wir heute anschauen werden. Wer wurde in der Bartholomeusnacht verfolgt? Hast du was von der Bartholomeusnacht gehört? Vielleicht schon. Da wurde eine bestimmte Gruppe von Menschen nicht nur verfolgt, sondern sogar umgebracht. Und das ist die Frage hier. Dritte Frage. Wer war die führende Persönlichkeit während der Schreckensherrschaft? Und gemeint ist die Schreckensherrschaft in Frankreich am Ende des 18. Jahrhunderts. Raine de la Terreur. Und da gab es eine Persönlichkeit, die sich da wirklich hervorgetan hat in diesem Chaos. Und die vierte Frage. Welche Konfessionen hatten die ersten Siedler in Amerika? Waren das Buddhisten oder Hinduisten? Oder wer waren das? Und die letzte Frage. Wer war der Pionier für religiöse Gewissensfreiheit in Amerika? Nur mal so. Ich mache das ja sehr gerne. Mit Hand heben. Wer könnte diese Frage jetzt so aus dem Stegreif beantworten? Der Pionier für religiöse Gewissensfreiheit in Amerika. Wir sind wiederum heute Abend am richtigen Ort. Das freut mich. Und bevor wir beginnen, wollen wir auch heute Abend ein Gebet sprechen. Das Thema, was wir heute haben werden, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und hat uns eine ganze Menge zu sagen für unser persönliches Leben. Und ich denke, dass wir da gut daran tun, den Heiligen Geist einzuladen, uns zu leiten und zu führen. Ich möchte sie einladen, mit mir zu beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken von ganzem Herzen, dass wir zu dir kommen können. Wir möchten dich bitten, dass du jetzt unser Herz berührst durch dein Wort. Und dass wir in der Prophetie und in der Geschichte erkennen, welche Bedeutung dein Wort und dein Gesetz haben. Und was wahre Freiheit wirklich bedeutet. So legen wir das alles jetzt dir vor und bitten dich, dass du alle Störende fernhältst. Und uns nach deiner Verheißung dein Wort aufschließt. In deinem Namen beten wir, Jesus. Amen. Wir haben uns in den vergangenen Vorträgen vor allem mit der Reformation beschäftigt. Und in welchem Jahrhundert, das können wir, denke ich, jetzt alle beantworten, in welchem Jahrhundert fand so diese gewaltige Reformation in Europa statt? 1500 noch was ist dann das wievielte Jahrhundert? 16. Jahrhundert. Wir haben einige Vorträge damit verwandt, zu schauen, was dort in Deutschland passiert ist, was in der Schweiz passiert ist, was an verschiedenen anderen europäischen Orten passiert ist. Und wir haben gesehen, dass die Reformation vor allem einige wenige Grundanliegen hatten. Da war zum Beispiel die Forderung allein aus Glauben, allein aus Gnade, allein Christus ist unser Heil. Und da gab es noch eine andere Forderung, die war nämlich allein die Bibel. Auf Latein, sola, scriptura. Und so hat die Reformation die Bibel den Völkern Europas gebracht. Hier nochmal die deutsche Bibel von Martin Luther. Und wir haben gesehen, dass dort egal, wo die Reformation hinkam, gab es immer mehr oder weniger einen großen Konflikt, einen Magna-Konflikt. Manchmal war der sehr gering, wie zum Beispiel in Skandinavien. In manchen Gebieten ging es immer hin und her, wie in Deutschland. Es gab auch manche Gegenden, da kam das Wort Gottes und die Botschaft von der Gerechtigkeit aus Glauben gar nicht wirklich erst hin. Zum Beispiel Spanien oder auch viele Gebiete Italiens haben fast gar keine Berührung mit dem Protestantismus bekommen, weil das Wort Gottes dort von vornherein blockiert worden ist. So gab es also Gebiete, wo viel Reformation war, einige wo wenig. Aber es gibt nur ein Land in Europa, wo die Reformation ständig umkämpft war, wo ständig hin und her ging. Licht und Finsternis über einen langen Zeitraum gekämpft haben, bis am Ende eine Seite gewonnen hat. Weiß jemand, welches Land das gewesen ist? Das war Frankreich. Frankreich ist ein ganz besonderes Land in der europäischen Geschichte, wenn es um die Reformation geht. Wir wollen heute einige Minuten Zeit uns nehmen, über Frankreich nachzudenken. Denn Frankreich gibt uns ein Beispiel davon, was passiert, wenn in diesem langen Konflikt zwischen Licht und Wahrheit wir auch in unserem Leben uns gegen das Licht entscheiden. In Johannes 3, Vers 19 lesen wir, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Jesus spricht davon, dass es immer wieder vorkommen, dass Licht in unser Leben kommen kann und um unsere Zuneigung buhlt und wirbt und wir uns am Ende doch nach langem Hin und Her für die Finsternis entscheiden. Und genau das ist passiert in der Geschichte von Frankreich. Es ging hin und her. Licht und Finsternis haben miteinander gekämpft. Und die Geschichte Frankreichs zeigt uns ein Beispiel dafür, was passiert, wenn man sich gegen das Licht stellt. Die These, die wir heute aufstellen wollen und nicht nur aufstellen, sondern begründen wollen, ist die, dass die Politik Roms und der Kampf Roms gegen die Bibel direkt geführt hat zur Französischen Revolution. Wenn man heute über die Französische Revolution redet, was werden so meistens als Gründe genannt? Ich kann ruhig antworten. Welche Gründe werden meistens angeführt für die Französische Revolution? Dann wollte man Freiheit haben, nicht wahr? Es ging um Freiheit, was noch? Brüderlichkeit, nicht wahr? Und dann war noch Gleichheit, genau. Und wird die Revolution meistens heute in einem positiven oder negativen Licht dargestellt? Positives Licht, nicht wahr? Ein Meilenstein in der Zivilisation. Wir wollen heute mal ein bisschen genauer hinschauen in die Quellen und auch in das, was wirklich passiert ist. Aber dazu wollen wir zunächst einmal zurückgehen auf dieses alte Buch und eine Prophezeiung gemeinsam studieren, die Johannes vor fast 2000 Jahren auf der Gefängnisinsel Patmos bekommen hat im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung. Zunächst einmal wollen wir diese Prophezeiung gemeinsam komplett lesen und dann sie uns Stück für Stück zu Gemüte führen. Wir lesen hier in Offenbarung 11, Abvers 2. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht. Denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate lang. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzerrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, so muss er getötet werden. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen, uns überwinden und sie töten. Dann heißt es, und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Heer gekreuzigt worden ist. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, dreieinhalb Tage lang. Und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Und die auf der Erde wohnen, werden sich über die Freunden und Vorlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenige gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Und nach den dreieinhalb Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie. Und sie stellten sich auf ihre Füße. Und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Wenn man das zum ersten Mal liest, scheint das alles etwas merkwürdig. Die Offenbarung ist ein Buch, das nicht immer buchstäblich zu verstehen ist, sondern in Bildersprache, in Symbolen geschrieben ist. Und wir wollen jetzt ein bisschen hineinzauchen, diese Bilderwelt der Offenbarung, um zu verstehen, was wir daraus lernen können. Zunächst einmal gehen wir ganz zurück an den Anfang. In Offenbarung 11, Vers 2 steht da etwas von 42 Monaten. Ja, soll etwas 42 Monate lang zertreten werden. Und schon im nächsten Vers hatten wir noch eine andere Zeitangabe, nämlich 1260 Tage. Jetzt, wenn Sie mathematisch ein bisschen versiert sind und 42 Monate und 1260 Tage nebeneinander sehen, was für eine Idee bekommen Sie da? Meine Mathematiklehrerin hat mal gesagt, man braucht so einen Blick für Zahlen für sowas. Haben Sie so einen Blick für Zahlen? Wer meint, er hat einen Blick für Zahlen? Ach gut. Also 42 Monate, 1060 Tage. Welche Vermutung könnte man haben? Ist zumindest ähnlich, nicht wahr? Interessanterweise sind diese beiden Ausdrücke tatsächlich identisch. Es gibt in der Offenbarung und im Buch Daniel insgesamt drei verschiedene Ausdrucksweisen für einen und denselben Zeitabschnitt. Er kommt siebenmal vor. In Daniel 7, Daniel 12, Offenbarung 11, hier zweimal, Offenbarung 12, zweimal und Offenbarung 13. Mal heißt es dreieinhalb Zeiten, mal heißt es 42 Monate und mal heißt es 1260 Tage. Und diese Dinge werden immer parallel verwendet, sodass man verstehen kann, dass im biblischen Denken, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt exakt mit unserem modernen Kalender übereinstimmt, im biblischen Denken war ein Monat 30 Tage und 42 Monate demzufolge 1062 Tage. Und kann mir jemand sagen, was dann wohl die Zeiten sind? Was ist wohl eine Zeit? Ein Jahr, nicht wahr? Weil 42 Monate, kann man ganz schnell sich überlegen, sind dreieinhalb Jahre. Eine Zeitangabe, die siebenmal vorkommt in diesen bedeutenden Büchern von Daniel Offenbarung und deswegen von uns ernst genommen werden sollte. In Hesekiel 4, Vers 6, und das hatten wir bereits schon mal angesprochen, als wir damals über die 10-Tage-Verfolgung gesprochen haben, lesen wir, dass in der biblischen Prophetie ein Tag für ein Jahr gilt und wenn diese 42 Monate gleich 1060 Tage sind, dann müssen sie kein Mathe-Genie gewesen sein oder bei einer Mathe-Olympiade die Goldmedaille gewonnen haben, um zu wissen, dass 1260 Tage wie viele Jahre sind? 1260 Jahre. Das Schöne an der Bibel ist, dass man auch als nicht mathematisch Begabter ihre Rechnung gut verstehen kann. Amen. Wir hatten ja am zweiten Vortrag, zweiten und dritten Vortrag, als wir über die sieben Hügel gesprochen hatten, schon mal diese Zeit-Prophezeiung hier kurz am Rande erwähnt. Da hatten wir doch wohl gesprochen, dass diese eine, zwei und eine halbe Zeit davon sprechen, von dieser Macht auf den sieben Hügeln, die sich unterstehen würde, Zeiten und Gesetz zu ändern. Kannst du dich immer noch erinnern, welche Macht war hier angesprochen worden, die auf den sieben Hügeln sitzt? Das war Rom und zwar in dieser Form das kirchliche Rom, das die Gesetze Gottes ändern würde. Das heißt, diese dreieinhalb Zeiten oder 42 Monate oder 1060 Tage sprechen prophetisch, von 1260 Jahren, in denen dieses geistliche Rom, dieses kirchliche Rom, die Vorherrschaft haben würde. Die erste Frage, die wir uns stellen wollen, wann begannen dann diese langen 1060 Jahre? Dazu ein paar kurze geschichtliche Daten hier. Im Jahr 1913 war das Jahr, wo Konstantin die Wände her beigebracht hatte. Aus einer verfolgten Religion wurde jetzt eine privilegierte, eine tolerierte, dann privilegierte, dann sogar geforderte Religion. Der Konstantin hat nicht nur das Christentum gefördert, er ist dann 330 auch woanders hingezogen, nämlich von Rom nach Konstantinopel, was dann später Byzans wurde und heute Istanbul heißt, ganz genau. Das hat dazu geführt, dass in Westrom immer weniger Machtfülle da war und dann sind die Barbaren gekommen, die Germanen, so um 400 herum ging das los, in der Völkerwanderung, da kamen die Goten und da kamen die Vandalen und all die verschiedenen Völker, die Hunden, dann haben die ganzen vorwärts gedrückt und 476 war dann Westrom zusammengebrochen. 508 ist der erste germanische König römisch-katholisch geworden, sein Name war Klotwig und er war König der Franken, interessanterweise und es scheint so zu sein, nach den Geschichtsquellen, dass vor allem die Franken es waren, aus denen später dann die Franzosen wurden, die dem Papsttum so richtig auf die Beine geholfen haben. Man spricht davon, dass der Klotwig der Steigbügelhalter des Papsttums gewesen ist und dann 533 kam der Erlass von Kaiser Justinian, der immer noch über Ostrom, also da in Konstantinopel regiert hat, dass der Bischof von Rom, also der Gemeindeleiter Roms, über alle anderen Bischöfe gestellt werden sollte und die höchste Autorität haben sollte und damit quasi so in die Kaiserrolle hineinschlüpfen sollte für Westrom. Man könnte also denken, dass der Termin oder das Datum für die 1062 Jahre eigentlich 533 sein müsste. Das Problem war nur, zu diesem Zeitpunkt war Rom umgeben von einer ganz anderen Macht, die hier als germanischer Stamm ganz Italien eingenommen hatten. Weiß jemand, welcher Stamm zu diesem Zeitpunkt sich ganz oben Rom herum niedergelassen hatte? Das waren die Goten und noch genauer waren die Ostgoten. Genau, die Westgoten waren zu dem Zeitpunkt schon hier so Richtung Spanien gewandert und so brauchte es noch einige Jahre, genau genommen fünf Jahre, bis die Ostgoten durch den römischen Herrführer Belisarius entscheidend besiegt worden sind. Es hat zwar hinterher noch ein paar gegeben, aber der entscheidende Sieg über sie war im Jahre 538 und das ist der Zeitpunkt, ab dem jetzt der Bischof von Rom die Macht, die er 533 bekommen hatte, auch wirklich ausüben konnte. Also der wirkliche Startpunkt, wenn man das historisch anschaut, müsste 538 sein, jetzt sind sie mathematisch natürlich gut gebildet, wenn wir jetzt 1260 Jahre hier an 538 dazu addieren, in welches Jahr kommen wir? Da kommen wir ins Jahr 1798 und was sollten wir erwarten, was im Jahre 1798 passieren müsste? In irgendeiner Weise sollten da die Herrschaft Roms beendet werden, nicht wahr? Wissen Sie was, mit welchem Tag das Jahr 1798 begann? Ich bin im ersten Januar, ganz genau. Und es war am ersten Januar 1798, dass der französische General Berthier den Befehl erhielt, Rom einzunehmen. Mit anderen Worten, die Prophezeiung hat nicht einen Tag gewartet. Am ersten Januar, da kommt der Befehl aus Paris. Berthier hat sich zu dem Zeitpunkt in Mailand aufgehalten und eigentlich hatte schon Napoleon ein Jahr zuvor den Befehl erhalten, Rom einzunehmen. Das sollte schon und es war auch so geplant vom französischen Direktorium. Aus irgendeinem Grund hat Napoleon es nicht gemacht. Hat einfach auf eigene Faust Frieden geschlossen mit dem Papst. Und naja, hat wahrscheinlich nicht geahnt, dass er damit die Prophezeiung erfüllt hat. Der Papst hat aber nicht Frieden gehalten und wurde dann der Befehl erlassen, dass Berthier Rom einnehmen sollte. Da haben wir ihn. General Berthier war immer später ein stolzer Nachfolger von Napoleon und hier war der gegenwärtige Papst zu dem Zeitpunkt es war Papst Pius der Sechste, der zu diesem Zeitpunkt schon 81 Jahre alt war und bald sein 23. Thronjubiläum feiern wollte. Alter Mann, hier haben wir seinen Wappen noch. Und so ist es dann geschehen, dass am 9. Februar General Berthier Rom erreicht hat. Er ist außen stehen geblieben, hat kontrolliert und hat darauf gewartet, dass es auch innerhalb von Rom zu einer Revolution kommt. Dass die Patrioten sich gegen den Papst selbst stellen. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Es kam ein einziger Patriot heraus. Der Rest war nicht so angetan von Zwischen Revolution. Dann musste die Gewalt her. Und ist am nächsten Tag in die Stadt einmarschiert. Hat aber noch fünf Tage gewartet, bis er dann Richtung Vatikan marschiert ist. Denn genau am 15. Februar sollte das 23-jährige Thronjubiläum von Papst Pius VI. sein. Und just an jenem Tag ist er dann hineingeplatzt und hat dem verdutzten Papst dann in nicht freundlichen Worten mitgeteilt, dass er jetzt abgesetzt ist, dass er nichts mehr zu melden hat. Die Schweizer Garde wurde aufgelöst und die Kardinäle wurden entweder verhaftet oder weggeschickt und der gesamte Kirchenstaat wurde geplündert. Am selben Tag ist die Römische Republik ausgerufen worden. Man hat noch am frühen Morgen eine Verfassung geschrieben und gesagt, jetzt gibt es Römische Republik. Die ist übrigens nächstes Jahr auch wieder zugrunde gegangen in der bewegten Zeit. Aber Pius wurde gefangen genommen und abgesetzt erklärt. Hier haben wir den offiziellen Befehl von Berthier an die italienische Armee d'Italier und da heißt es hier in Konsequenz die Autorität temporelle und so weiter ist zu bewegten und keine Funktion oder so ähnlich. Heißt auf Deutsch jede temporäre Autorität des Papstes ist unterdrückt und er wird hinfort keinerlei Funktion mehr ausüben. Es waren die Franken die den Papst in den Sattel gehoben haben und es waren die Franzosen die ihn wieder heraus genommen haben. Interessanterweise hatte die französische Regierung zu dem Zeitpunkt beschlossen dass es nie wieder einen Papst geben sollte. Das war der Befehl. Er sollte der letzte Papst sein und dementsprechend wurde dem Papst auch ein besonderes Gegenstand mit Gewalt abgezogen nämlich an seinem Finger befindet sich der berühmte Fischerring der von einem Papst zum nächsten immer weiter gereicht wird Ausdruck seines Petrus Amtes und der wurde ihm gesagt nein hat man ihn genommen abgerissen Ausdruck der Tatsache dass es keinen weiteren Papst mehr geben sollte aber nur ein Tag nachdem er erfahren hat dass er Rom verlassen müsse hat er dann dem finanzier der Armee Haller ein bisschen geklagt und sagt weißt du ich bin so alt ich werde bald sterben und es wird dir auch keinen weiteren Papst mehr geben könntest du mir trotzdem den Ring noch geben und aus irgendeinem unerklärlichen Grund hat er am 19. Februar den Ring wieder zurück bekommen das hat damals keiner für großartig notizwürdig gehalten aber wie wir noch sehen werden nicht ohne Bedeutung am 20. Februar ist dann der Papst um sieben Uhr morgens im Dunkeln unter strömenden Regen es soll gewittert haben aus Rom weg deportiert worden und es gab wohl etliche in Rom die sehr froh waren andere haben wohl geweint und wie auch immer er ist dann an einen Ort gebracht worden der auf italienisch Inferno heißt Hölle genau er wohnte dann im Ort der Hölle heißt und das hat natürlich die Spötter noch mehr angeheizt und am 26. Februar wurden dann Kirche und Staat in Rom getrennt und das sind nur einige Geschichtsdaten die zeigen wie präzise sich die Prophezeiung der 1062 Jahre erfüllt hatte und es gab zu verstehen dass die 1062 Jahre sich jetzt erfüllt haben und dann gibt er noch die Gründe warum und so weiter und dann sagt er und wenn diese Dinge so sind dann ist wirklich die große Stadt Babylon gefallen ist gefallen und sie soll nicht mehr gefunden werden und dann sagt er und es bleibt nichts anderes übrig als auf das Ende zu warten man hat das damals erkannt dass die Prophezeiung der Bibel sich ganz klar erfüllt hatte es wurde dann wie gesagt der Fischerring wurde dem Papst zurückgegeben er ist 1799 gestorben aber schon 1800 ist der nächste Papst ganz geheim unter österreichischer Aufsicht gewählt worden Papst Pius der siebte er hatte längst nicht mehr die Macht die war dahin die Macht hatte jetzt der hier weiß jemand wer das ist aber Napoleon nicht wahr der Papst hat nichts mehr zu melden durfte nicht mal bei den Napoleon krönen das hat er selbst gemacht aber das Papsttum wurde nicht völlig ausgelöscht nur so schon mal als kleiner Hinweis auf das was noch folgen wird also diese 1260 Jahre haben sich ganz präzise erfüllt und diese 1260 Jahre sollten eine Zeit sein in der die Kirche Gottes verfolgt werden würde durch diese finste Macht auf den sieben Hügeln aber Jesus hatte auch gesagt dass jene Zeit verkürzt werden würde er sagt wenn jene Tage nicht verkürzt würden so würde kein Fleisch gerettet werden aber um der auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden ist interessant dass dass obwohl die 1260 Jahre erst 1798 zu Ende waren schon die letzten 20 30 Jahre es eigentlich keine Verfolgung mehr gab Ende 18. Jahrhundert hatte die Verfolgung fast aufgehört und das hatte natürlich damit zu tun dass die Reformation immer mehr sich ausgebreitet hat und immer mehr an Stärke gewonnen hat an vielen Orten und damit der Verfolgung etwas entgegenzusetzen hatte schauen wir weiter in der Prophezeiung es heißt hier in Offenbarung 11 Vers 3 und ich will meinen zwei Zeugen geben das sie weiß sagen jetzt wollen wir verstehen wer sind diese beiden Zeugen es heißt von diesen beiden Zeugen es sind zwei Ölbäume und zwei Leuchter was ist ein Leuchter ein Leuchter gibt Licht ganz einfach und die Bibel erklärt sich immer selbst im Psalm 119 Vers 105 heißt es dein Wort ist meines Fußes Leuchte da gab es also zwei Leuchter und die Bibel sagt dein Wort ist meine Leuchte gibt es in der Bibel zwei Leuchter die Bibel ist das werden sie wahrscheinlich wissen auch wenn sie nicht viel mit der Bibel beschäftigt haben ein zweigeteiltes Buch es fällt nämlich in genau zwei Teile nämlich das alte und das neue testament und testament heißt nichts mehr als dass man Zeugnis gibt und Jesus selbst hat das gesagt er hat gesagt dass nicht nur das neue testament von ihm Zeugnis gibt sondern auch das alte er spricht dir von den alten testament schriften und sagt ihr vorstieg Schriften weil ihr meint in ihnen das ewige Leben zu haben und sie sind es die von mir Zeugnis geben die Bibel bezeugt Jesus und in dieser prophezeiung wird von diesen beiden zeugen vom alten und neuen testament gesprochen das alte testament bezeugt jesus quasi im voraus all die verschiedenen dinge die geschichten die opfer die typologien sollten vorausweisen auf jesus wann immer sie das alte testament lesen lesen sie etwas über jesus was noch kommen würde wann immer wir das neue testament lesen wir etwas was gewesen ist das neue testament weist zurück auf das leben jesus auf seinen tod und auf alles was er getan hat so sind altes neues testament zwei leuchter die von zwei seiten auf das leben von jesus auf sein sterben und sein wirken weisen aber die bibel sagt dass 538 bis 1798 dass diese zwei leuchter in sacktuch bekleidet worden sind wer von ihnen hat schon mal sacktuch angehabt wann sieht man sacktuch an sind sich mal im sacktuch jemand gesehen der der im sacktuch zur hochzeit kommt oder zu seinem geburtstag oder zum abiball im sacktuch vielleicht wird das ja mal mode ich weiß ich nicht aber in allen Zeiten ist Sacktuch Ausdruck der Trauer und hier wird uns gesagt dass die Bibel das alte und das neue testament über einen langen Zeitraum trauern sollten warum weil die Bibel genau in diesem langen Zeitraum ein verbotenes Buch war und wir haben über die Valdenzer gesprochen die über Jahrhunderte hinweg fast die einzigen gewesen waren die Bibel wirklich in Besitz gehabt haben und sie übersetzt haben in dunklen Höhlen und da vorhergesagt was wir schon in der Geschichte gesehen haben in Offenbarung 11 Vers 5 heißt es dann wenn jemand ihnen also den zwei Zeugen als das alte neue Sortament Schaden zufügen will geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzerrt ihre Feinde mit anderen Worten wer sich an der Bibel vergreift und es haben sich viele an der Bibel vergriffen sie wurde verboten sie wurde in eine Sprache in einer Sprache gehalten dass niemand sie lesen kann und so weiter wenn jemand sich an der Bibel vergreift dann nimmt er eine schwere Verantwortung auf sich die Bibel erklärt das an anderer Stelle so da heißt es wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt so wird Gott ihm die Plagen zufügen von denen diesem Buch geschrieben steht oder wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buch wenn du die Bibel liest nimm nichts weg und füge nichts hinzu über einen langen Zeitraum in der Geschichte der Christenheit ist vieles weggenommen worden und manches hinzugefügt worden an Fabeln und Tradition und komischen Dingen und Gott sagt das ist mein Zeugnis manipulier es nicht spiel nicht damit lass es so wie es ist und das ist eine sehr ernste Warnung die wir beherzigen sollten wir können nicht am Wort Gottes an seinem Gesetz etwas ändern ohne dafür nicht dann auch zur Verantwortung gezogen zu werden Rom hatte die Bibel unterdrückt bis zu diesem Zeitpunkt war Rom eigentlich fast die einzige Macht gewesen die das getan hat aber jetzt sollte eine neue Macht kommen es heißt hier wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben wann hat man das vollendet wenn es zu Ende ist also welche Zeit ist hier wohl zu Ende die 1062 Jahre also gegen Ende dieser Zeit Prophezeiung wo das Ganze jetzt zur Vollendung kommt würde ein Tier aus dem Abgrund herauf steigen nun auch hier gilt wiederum genauso wie bei den Tagen dass es nicht unbedingt buchstäblich zu verstehen sind die wenigsten buchstäblichen Tiere kommen aus dem Abgrund hervor sondern auch das muss die Bibel erklären was bedeutet so ein Tier und hier haben wir die Antwort in Daniel 7 da heißt es das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich kann ein Königreich sein ein politisches Reich also eine Weltmacht im allgemeinen Sinne hier sollte also gegen Ende des 18 Jahrhunderts eine Weltmacht ein politisches Reich entstehen dass jetzt diesen Magna Konflikt so diesen großen gewaltigen Konflikt gegen die Bibel die ja schon so mitgenommen war neu eröffnen und über diese Macht heißt es folgendermaßen Offenbarung 11 Vers 8 und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen die in einem was für einen Sinn geistlichen Sinn hier haben wir wieder einen Hinweis dass diese Dinge geistlich also im übertragenen Sinne gedeutet werden müssen im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt jetzt wenn sie an Ägypten denken woran denken sie an Pharaon an die Sings vielleicht wenn man biblisch an Ägypten denkt dann ist Ägypten natürlich die berühmte Nation die Kinder Israels lange in Gefangenschaft gehabt haben und als der Mose dann nach Ägypten geht und den Pharao fragt kannst du unser Volk freilassen dann ist er gar nicht begeistert und die Ägypter sind berühmt dafür in der Bibel dass sie so eine Einstellung gehabt haben in Bezug auf Gott die sich ganz besonders in jener Aussage vom Pharao widerspiegelt wer ist der Herr dass ich auf seine Stimme hören sollte um Israel ziehen zu lassen wenn sie mit jemandem über Gott sprechen und der andere dann sagt wer ist der Herr ich kenne diesen Gott nicht was für eine Religion hat der wahrscheinlich wohl keine nicht wahr der ist ja wohl atheistisch und was wir hier haben ist sozusagen so eine antike Vorform des Atheismus diese neue Macht die entstehen sollte Ende des 18. Jahrhunderts sollte in irgendeiner Form einen atheistischen Zug haben aber nicht nur das die sollte auch in einem geistlichen Sinne nicht nur Ägypten sein sondern auch Sodom jetzt Sodom ist ja schon sprichwörtlich für Sünden oder das ist ja Sodom und Gomorra sagt man auch heute noch als geflügeltes Wort weiß jemand was für Sünden ganz besonders Sodom anzulasten waren die Sodomiten waren wirklich absolut unmoralisch das führte dazu dass sogar heute noch ein ähnliches Wort gebraucht wird für sehr unmoralische sexuelle Praktiken vielleicht kennen wir die Geschichte aus der Bibel wo dann am Ende Feuer und Schwefel vom Himmel fällt und kurz zuvor wollten die Sodomiter noch Fremde Gruppen vergewaltigen das war so ihre Lebenslust also wir haben zwei Kennzeichen das eine ist Atheismus und das zweite ist Unmoral vor allem auch auf erotischem auf sexuellem Gebiet und das sollen hervorstechende Kennzeichen dieser seltsamen Weltmacht sein die er gegen Ende des 18. Jahrhunderts auf die Bühne der Weltpolitik treten sollte und das alles hat sich tatsächlich erfüllt in welcher Nation ohne Frage die französische Revolution schauen wir mal ein paar historische Zitate an um das etwas zu untermauern hier lesen wir hörte die Welt zum ersten Mal dass eine Versammlung von Männern die gesittet geboren und erzogen waren und sich das Recht anmaßten eine der schönsten Nationen Europas zu regieren ihre vereinte Stimme erhob um die feierlichste Wahrheit welche die Seele des Menschen empfangen kann zu verleugnen und einstimmig den Glauben an Gott und die Anbetung der Gottheit zu verwerfen zweites Zitat Frankreich ist die einzige Nation in der Welt von der berichtet wird dass sie als Nation nicht als Einzelne sondern als Nation ihre Hand in offener Rebellion gegen den Schöpfer des Weltalls erhoben hat es gab und gibt noch eine Menge von Lästerern und Ungläubigen das ist wohl wahr oder in England Deutschland Spanien und anderswo aber Frankreich steht in der Weltgeschichte als einziger Staat da der durch den Erlass seiner gesetzgebenden Versammlung erklärte dass es keinen Gott gäbe in dessen Hauptstadt sämtliche Bewohner und eine ungeheure Menge anderswo Weiber und Männer vor Freude sangen und tanzten als sie Bekanntmachung empfingen stellen Sie sich vor der deutsche Bundestag erlässt ein Gesetz es gibt keinen Gott genau das ist passiert die Nationalversammlung Frankreichs hat während der Revolution 1793 das Gesetz erlassen es gibt keinen Gott per Gesetz hier in Frankreich das war Ägypten was war nochmal Sodom Unmoral schauen wir uns das hier an eng verbunden mit diesen religionsfeindlichen Gesetzen war jenes welche das Ehebündnis die heiligste Verbindung das menschliche Wesen eingehen können und deren Dauerhaftigkeit am meisten zur Festigung der Gesellschaft beiträgt wir werden gleich sehen was es mit der Gesellschaft zu tun hat auf die Stufe eines rein bürgerlichen Übereinkommens vorübergehender Natur herabwürdigte welches irgendwelche zwei Personen miteinander treffen und nach Willkür wieder lösen konnten wird heute oft als enormer Fortschritt dargestellt in der modernen Geschichtsforschung hätten böse Geister es unternommen ein Verfahren zu entdecken welches auf die wirksamste Weise alles zugrunde richtet was sich an ehrwürdigem anmutigem oder dauerhaftem im Familienleben bietet und hätten sie gleicherzeit die Zuseherung gehabt dass das Unheil das sie anzurichten beabsichtigten von einem Geschlecht auf das andere fortgepflanzt werden sollte so hätten sie keinen wirksameren Plan ersinnen können als die Herabwürdigung der Ehe Sophie Arnault eine durch ihren geistreichen Witz berühmte Sängerin beschrieb die republikanische Hochzeit als das Sakrament des Ehebruchs weil jeder konnte mit jedem wann immer und wie wollte man musste einfach nur eine Unterschrift leisten und ich möchte nicht mehr und entsprechend hat sich in der weniger Jahre in Frankreich die Gesellschaft völlig aufgelöst aber dazu gleich mehr wir sehen also diese beiden Kennzeichen der französischen Revolution sehr deutlich aber es gab noch ein drittes Kennzeichen über diese große Stadt über dieses Weltreich und es heißt hier wo auch unser Heer gekreuzigt worden ist wo ist Jesus gekreuzigt worden Jerusalem das stimmt genau auf Golgatha das war der Ort wo alle Sünde der Welt an einem Ort waren und wo Jesus geschlagen und verfolgt wurde nun Frankreich hat niemals den buchstäblichen Jesus ans Kreuz gebracht oder aber hat Jesus nicht gesagt was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt das habt ihr mir getan gibt es Berichte davon dass Frankreich Jesu Brüder ans Kreuz gebracht hat wir haben vorletzten Samstag über die Valdenzer gesprochen und ich habe es damals kurz angewähnt erwähnt dass wenn man hier über diese Bergkette rüber geht dann kommt man von Italien nach Frankreich und auf der anderen Seite da wohnten nicht die Valdenzer da wohnten die sogenannten Albigenser und die lebten in der gleichen Zeit wie Valdenzer hatten ähnliche Glaubensüberzeugung und wurden im Gegensatz zu den Valdenzern im 13. Jahrhundert vollkommen ausgerottet vollkommen es gab einen Kreuzzug im 13. Jahrhundert der sie ausgerottet hat hier sehen wir einige die die Festung Carcassonne verlassen müssen und dann haben wir schon darüber gesprochen wie dann auch in späteren Jahrhunderten die Reformatoren Frankreichs in einer Art und Weise aus dem Land geprügelt worden sind wie es in keinem anderen Land der Fall war wir haben über Lefebvre gesprochen weiß jemand noch wer das war der Schüler von Lefebvre traut sich jemand ist ja nur drei Tage her aber ich weiß wir haben viele viele Namen gehabt am letzten Samstag nicht mehr das war mit F fing an Pharrell ganz genau Pharrell und wir haben gesehen wie sie verbrannt worden sind wie sie aus dem Land gejagt worden sind etwas was wir am Samstag nicht besprochen haben was wir hier noch kurz erwähnen wollen ist jenes Ereignis die sogenannte Bartholomeusnacht 1572 was geschehen war es gab eine Gruppe von Protestanten die nannten sich die sogenannten Achtung Huguenotten und diese Huguenotten waren auf Kriegsfuß mit der herrschenden römischen Partei dort in Frankreich und man hatte eine Hochzeit arrangiert wo ein Protestant und eine und eine Katholikin heiraten sollten und man hatte sie alle eingeladen unter dem Vorwand der Versöhnung nicht wahr lass uns zusammenkommen eine Hochzeit feiern und wir versöhnen uns alle gemeinsam und dann in der Nacht vom 23. August zum 24. August wurde aus der Versöhnung das hier eine Adlige gab den Befehl und es wurden innerhalb von Stunden und Tagen zigtausende von Protestanten in Paris brutal niedergemetzelt hier sieht man sie wie sie das Werk dann begutachtet und man sagt dass in den folgenden Tagen und Wochen das ging dann auf ganz so wellenförmig von Paris auf ganz Frankreich über etwa 70.000 Huguenotten umgebracht worden sind interessanterweise kann man auch lesen wie man in Rom darüber gedacht hat als die Nachricht von dem Blutbad Rom erreichte kannte die Freude der Geistlichkeit keine Grenzen der Kardinal von Lothrigen belohnte den Boten mit 1000 Kronen der Domherr von St. Angelo ließ 100 Freudenschüsse abgeben die Glocken läuteten von jedem Turm Freudenfeuer verwandelten die Nacht in einen Tag und Gregor der 13. zog begleitet von den Kardinälen und anderen geistlichen Würdenträgern in einer großen Prozession nach der Kirche von St. Ludwig wo der Kardinal von Lothring ein Tedeum sang warum weil zigtausende Protestanten kaltblütig gegen bessere Vereinbarung niedergemacht worden waren das war die Realität im 16. Jahrhundert zur Erinnerung an das Gemetzel wurde eine Gedenkmünze geprägt und im Vatikan kann man drei Fresko-Gemälden von Vasari sehen welche den Angriff auf den Admiral den König wie er ihm rate das Hinschlachten plante und das Blutbad selbst darstellen Gregor sandte Karl die Goldene Rose und hörte vier Monate später ruhigen Gemüts die Predigt eines französischen Priesters an der von jenem Tage des Glücks und der Freude sprach als der Heilige Vater die Nachricht empfingen und höchst feierlich hingegen um Gott und Sankt Ludwig seinen Dank darzubringen hier sieht man die Münze die geprägt worden ist das Gregor der Achte und hier sieht man die Protestanten und hier sieht man wen einen Engel der trägt ein Kreuz und ein Schwert und schlachtet diese widerlichen Huguenotten alle ab das ist die Realität im 1800 gewesen und der französische König wurde beglückwünscht dieser weisen Entscheidung sein Wort nicht zu halten und sie alle in kalten Blut zu ermordet zu haben und das war der Geist der sich zurückgezogen hat bis zur französischen Revolution weiß jemand wer das ist das Voltaire und er hat die Angewohnheit gehabt seine Briefe zu unterschreiben mit den Worten vernichtet den Schurken gemeint Christus vernichtet den vernichtet den Schurken und als dann 1794 die Massen sich gegenseitig umgebracht haben da gab es einen Schrei auf den Straßen von Paris vernichtet den Schurken es heißt dass dieses Tier das aus dem Abgrund heraufsteigen wird diese französische Revolution würde mit ihnen wer sind ihnen die zwei Zeugen mit der Bibel Krieg führen und sie überwinden und sie töten wir haben schon gesehen dass die französische Verfassung oder die französische Nationalversammlung 1793 entschieden hatte es gibt keinen Gott aber damit nicht genug die Bibeln wurden eingesammelt wurden dann an öffentliche Stellen gebracht und was hat man wohl mit ihnen gemacht man hat sie allesamt verbrannt hat sich gefreut dass man endlich dass die Bibel los ist man hat aber nicht nur die Bibel verbrannt man wollte die Menschen so wirklich von der Bibel entfernen weiß jemand was das hier ist das ist ein französischer Revolutionskalender wir haben eine Kalenderuhr diese Kalenderuhr soll sozusagen die Tage da stellen mit 30 Tagen und was ist das Besondere hier diese 30 Tage sind nicht es ist keine siebene Einheit es ist eine zehne Einheit man hat damals versucht die sieben Tage Woche in eine zehn Tage Woche zu ändern warum naja sieben Tage Woche kommt halt woher nicht vom Mond nicht von der Sonne wie alles andere sondern aus der Bibel man hat Stadtnamen geändert man hat alles versucht um die Bibel aus dem Denken der Leute zu kommen man hat sogar versucht übrigens auch die die Zeiteinteilung in zehn Stunden und in zehn Minuten und in zehn Sekunden und so einzuteilen das war ein totales Chaos die Leute sind übrigens reihenweise ins Irrenhaus gekommen weil die damit nicht fertig wurden aber jeder zehnte Tag sollte ein Tag sein wo man der Vernunft die Ehre erweist Abendmahl wurde gesetzlich verboten wenn man Abendmahl feiern wollte musste man heimlich auf See fahren und auf Seeabendmahl feiern es gibt Gemälde von Situationen wo das vorgekommen ist und auf den auf den Friedhof hat man an den Gräbern ein Schilder angebracht darauf stand der Tod der Tod ist ein ewiger Schlaf es gibt keine Hoffnung über den Tod hinaus das hat man da herangeschrieben um den Leuten klar zu machen ihr sterbt und es ist aus fertig man hat also versucht ganz systematisch nicht nur die Bibel zu verbrennen sondern einen Angriff zu starten auf das Denken der Menschen und es ist tatsächlich so dass die französische Revolution ein ein Umbruch ist in dem Denken der Menschheit wenn wir heute sagen die französische Revolution ist etwas worauf sich unsere Gesellschaft basiert dann hat das auch damit zu tun dieser Kampf gegen die Bibel hier sehen wir wie Kirchen entweiht werden und ganz besonders dramatisch war es hier das war der Bischof von Paris jetzt stellen Sie sich vor Sie sind der katholische Bischof dieser Stadt und bis dahin war ja Frankreich treue katholische Stadt gewesen und hier ist Notre Dame und jetzt kommen diese Revolutionshorden und wollen die gesamte Religion außer Kraft setzen was hätten sie wohl gemacht ich sage Ihnen was er gemacht hat er hat am 7.11. 1793 öffentlich dem Christentum abgesagt und sich zum Kult der Vernunft bekannt das ging so der konstitutionelle Bischof von Paris wurde herbeigeholt zur Nationalversammlung also in den die gesetzgebende Versammlung um in der schamlosesten und anstößigsten Posse die sich je zuvor eine Nationalvertretung abspielte die Hauptrolle zu übernehmen was ist passiert man führte ihn in einer förmlichen Prozession vor um der Versammlung zu erklären dass die Religion welche er so viele Jahre lang gelehrt hatte in jeglicher Hinsicht ein Stück Pfaffen trug ohne irgendeinen Grund in der Geschichte noch in der heiligen Wahrheit sei er verleugnete mit feierlichen und deutlichen Worten das Dasein der Gottheit zu deren Dienst er eingesegnet worden war und widmete sich in Zukunft der Verehrung der Freiheit Gleichheit Tugend und Sittlichkeit dann legte er seinen bischöflichen Schmuck auf den Tisch und empfing eine brüderliche Umarmung von dem Präsidenten des Konvents verschiedene abgefallene Priester folgten dem würdelosen Beispiel dieses Prälaten Übrigens es hat ihm nichts genützt als ein Jahr später ein Mann namens Robespierre zumindest wieder ein höheres Wesen anbeten wollte galt der reine Atheismus wieder etwas verächtlich und dieser Priester wurde dann doch unter die Guillotine gebracht weil er zu atheistisch war nur mal so als Nebeninformation es lohnt sich niemals seinen Glauben aufzugeben auch wenn es vielleicht nicht mal der reinste Glauben gewesen ist es heißt in Offenbarung 11 Vers 10 und die auf der Erde wohnen werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken das weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten diese zwei Propheten sind die zwei Zeugen wie heißt nochmal die zwei Zeugen als Neues Testament hat sich jemand schon mal gequält gefühlt von der Bibel was bedeutet das sich von der Bibel gequält fühlen wir haben uns heute schon mal Bibel gelesen und irgendwie ein ungutes Gefühl gehabt die Bibel die schlägt eigentlich nicht die Bibel hat auch keine Guillotine aber die Bibel weist immer wieder hin auf das Gewissen quält einen das Gewissen man hat dann meistens zwei Optionen was sind die zwei Optionen entweder ich entscheide mich für das was Gott gesagt hat oder ich mache die Bibel zu und sage brauche ich nicht Ende aus der Diskussion und dann geht es mir gut oder dann bin ich frei dann habe ich ja keine Beschränkung mehr und genau das was wir manchmal so oft im kleinen erleben in unserem Leben spielte sich im großen nationalen Frankreich ab bis dahin hatte man ja immerhin noch angenommen dass die Bibel Gottes Wort irgendwie ist auch wenn man sie nicht lesen wollte oder nicht lesen konnte aber man hatte immer noch eine gewisse Verehrung für die Bibel jetzt hat man sie einfach abgelehnt weil man mit dieser Sündenschuld nicht mehr fertig geworden ist und einfach gesagt wir haben keine Sünde es gibt keine Sünde es gibt keinen Gott Ende aus jetzt geht uns viele Menschen versuchen wenn sie mit der Wahrheit in Kontakt kommen sich einfach für die Gegenseite zu entscheiden um ihr Gewissen zu beruhigen und denken dann ist alles gut aber wenn das vielleicht auch heute in deinem Kopf ist du sagst vielleicht ich möchte nicht aller Wahrheit folgen ich möchte einfach frei sein dann pass jetzt die nächsten Minuten auf was diese Freiheit bedeutet denn die französische Revolution ist ein Beispiel dafür was passiert entscheiden Psalm 73 war sozusagen ihr Motto sie sagen wie sollte Gott es wissen schauen Sie mal was einer dieser Vernunft Priester ausgerufen hat Gott so du existierst räche deinen beleidigten Namen ich bitte dir trotz du schweigst du wagst es nicht deine Donner zu schleudern wer wird hinfort an dein Dasein glauben stellen sich vor durch die Straßen von Paris gehen diese Priester der Vernunft und schreien zum Himmel Gott wo bist du wir fordern dich heraus zeig dich doch donnerst du nicht die Leute schreien ja es gibt keinen Gott wir sind frei das war alles nur Fanatismus war alles nur Tradition war alles nur Unfug jetzt sind wir intelligent klingt fast so wie der moderne Mensch der sagt brauche ich nicht das ist alles nur Fabeln für die Schwachen ist das für die die das Licht der Wahrheit nicht ertragen können die mit dem Leben nicht zu rande kommen Gott wo bist du denn Achtung aufgepasst das war nichts anderes als das was der Pharao gesagt hat und dem Pharao ist das nicht gut bekommen wenn sie die Geschichte kennen wenn nicht lesen sie nach in 2. Mose Bibel sagt in Psalm 14 Vers 1 der was der Narr spricht in seinem Herzen es gibt keinen Gott jetzt was ist ein Narr ein anderes Wort für ein Narr ein dummer Mensch jemand der nicht wirklich denken kann die Bibel sagt wenn jemand seinem Herzen sagt es gibt keinen Gott dann ist der in Wirklichkeit ein sehr dummer Mensch ein Narr 2. Timotheus sagt uns aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden hier sind wir in den Anfangsjahren der Französischen Revolution und man schmeißt alles über den Haufen und sagt Gott wo bist du zeige dich die Bibel sagt sie werden es nicht viel weiter bringen ihre Torheit wird jedermann offenbar werden hat sich das erfüllt schauen wir mal nach es hat nicht lange gedauert da hat man doch wieder Anbetung eingeführt und zwar folgendermaßen eine der Zeremonien dieser wahnsinnigen Zeit ist unübertroffen in ihrer geschmacklosen Art verbunden mit Gottlosigkeit die Tore des Konvents wurden einer Schar von Musikanten geöffnet deren feierlichem Zug die Mitglieder der Stadtbehörde folgten während sie ein Loblied auf die Freiheit sangen weinselig hat man Massenparaden abgehalten und hat die Freiheit besungen und als Gegenstand ihrer zukünftigen Anbetung eine verschleierte Frau geleiteten die sie die Göttin der Vernunft nannten jetzt kam sie diese schöne Frau verschleiert die Göttin der Vernunft als man sie innerhalb der Schranken gebracht mit großer Förmlichkeit entschleiert hat und zur Rechten des Präsidenten hingesetzt hatte erkannte man sie allgemein als eine Tänze aus der Oper das ist ungefähr so wie eine Popsängerin heute das wäre das Ektivalent bekannte Frau leichte Moral leicht bekleidet so eine Blondine dieser entkleidet wird und sich dann ganz entzückt neben den Präsidenten setzt und das war die Göttin der Vernunft also was würden wir heute nicht mehr anbeten oder wir sind dazu aufgeklärt an den Gott zu glauben wir wir beschäftigen uns mehr mit den Sternchen dieser Welt und ihren völlig sinnlosen Lebensgeschichten diese Person der passendsten Vertreterin jener Vernunft die man anbetete huldigte die Nationalversammlung das sind nicht irgendwelche Spinner gewesen das waren die Politiker das waren die die Parteien öffentlich diese gottlose und lächerliche Maskerade war eine gewisse Moderscheinung und die Einsetzung der Göttin der Vernunft wurde in der ganzen Nation an allen Orten erneuert und nachgeahmt wo die Bewohner zeigen wollten dass sie der Revolution in gleicher Weise zustimmten weiß jemand übrigens was aus dieser Frau geworden ist diese Geschichte kennt jeder diese Frau ist viele Jahre später Anfang des 19. Jahrhunderts im Armenhaus gelandet und ich glaube zehn Jahre oder so an einer psychischen Krankheit gelitten und ist dann psychisch krank und verwirrt gestorben unerkannt unbekannt und völlig in so einem Armenhaus die Göttin der Vernunft stirbt als irre im Irrenhaus aber das hatte damals keiner geahnt hier das war das was man gesagt hat Mitglieder der gesetzgebenden Versammlung der Fanatismus ist der Vernunft gewichen wie hat man das genannt Fanatismus jetzt haben wir die Vernunft seine getrübten Augen konnten den Glanz des Lichts nicht ertragen heute hat sich eine unermessliche Menge in den godischen Gewölben versammelt welche zum ersten Mal von der Stimme der Wahrheit wieder hallen dort haben die Franzosen die wahre Anbetung der Freiheit und der Vernunft vollzogen dort haben wir neue Wünsche für das Glück der Waffen der Republik ausgesprochen dort haben wir die leblosen Götzen gegen die Vernunft dieses belebte Bild das Meisterwerk der Natur eingetauscht sie wollten Gleichheit sie wollten Brüderlichkeit sie wollten Freiheit sie wollten Demokratie alles Dinge die wir heute auch hören alles Dinge die sich gut anhören oder Vernunft Wissenschaft Kultur Zivilisation nicht diese alten überkommenen Fabeln der Kirche es war genau die Denkweise die noch heute viele Menschen bewegt und da wurde sie angebetet man hat die Bibeln verbrannt und die Opernsängerin angebetet und das Ganze geht zurück auf Rom warum schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an was war die Politik Roms gewesen denn das was wir gerade angesehen haben war nur das Resultat etwas was schon lange lange vorher begonnen hatte als die Reformation nach Frankreich kam wurden die Reformatoren auf den Scheiterhaufen gebracht warum zum einen war es Rom die immer wieder die Könige angestiftet hat und die Könige selbst hatten Angst denn ein Volk das die Bibel liest wird selbstständig ein Volk das frei entscheiden kann was es glaubt ist vielleicht schlechter zu kontrollieren als eine Masse den man Fabeln erzählen kann und so hat schon im 16. Jahrhundert der Papst hier Clemens der siebte folgendes an den Franz den König geschrieben diese Tollwut der Protestantismus wird nicht nur die Religion verwirren und verderben sondern außerdem auch alle Fürsten und Adelswürden Gesetze Orden und Rangunterschiede als die Reformation kam sagte Rom ihr müsst den Protestantismus vernichten ansonsten gehen die Fürstenwürden zugrunde die Adelswürden gehen zugrunde die Gesetze gehen zugrunde die Orden und die Rangunterschiede was haben die Könige gesagt also wir wollen auf jeden Fall was behalten Fürstenwürde Adelswürde Gesetze Orden und Rangunterschiede dann müssen wir auf jeden Fall den Protestantismus vernichten ein anderer hat gesagt Sir täuschen sich nicht die Protestanten werden die bürgerliche wie die religiöse Ordnung untergraben der Thron ist ebenso in Gefahr wie der Altar die Einführung einer neuen Religion bringt notwendigerweise die einer neuen Regierung mit sich es war Rom das gesagt hat haltet die Reformation auf ansonsten bricht alles zusammen was die französischen Könige nicht wussten ist das was die Bibel sagt Gerechtigkeit macht was erhöht ein Volk was war die Botschaft von Martin Luther gewesen Gerechtigkeit ausglauben in der Reformation ging es darum wie kann man Gerechtigkeit erlangen wie kann ich gerecht vor Gott sein das war die Frage von Wycliffe von Luther von Tündel von Wesley von all den sie wollten Gerechtigkeit haben und diese Gerechtigkeit wurde untergraben und wurde bekämpft aber diese Gerechtigkeit hätte ein Volk erhöht liebe Freunde Gerechtigkeit erhöht uns und wenn wir sie bekämpfen dann müssen wir uns nicht wundern was mit uns passiert es heißt denn durch Gerechtigkeit wird ein Thron befestigt es hätte nichts besseres für Frankreich gegeben als die Reformation nichts hätte den Staat so sicher gemacht wie die Reformation es heißt in Jesaja 32 das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit auf ewig aber wenn Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit bringt und ich Gerechtigkeit unterdrücke was bekomme ich dann Unruhe und Krieg und genau ist das passiert man hat die Protestanten aus dem Land gejagt hier wurden die Huguenotten 1685 per königlichem Dekret aus dem ganzen Land herausgetrieben man hatte sie verfolgt man hatte sie umgebracht und irgendwann wurden sie ausgewiesen die Huguenotten sind dann nach Deutschland und nach Italien und in die Schweiz geflohen das Dumme war nur dass die Huguenotten die fleißigsten Bürger waren so wie schon die Valdenser und da werden wir später noch drauf kommen als diese Huguenotten flohen blieb das Land verarmt zurück es gab kaum noch Fachkräfte man sagt dass vor der Revolution Paris ein einstiges Armenhaus gewesen ist allein 200.000 Bettler haben direkt von den Almosen des Königs geliebt 200.000 in Paris das Land war völlig ausgelaugt es gab nur eine Gruppe von Menschen die wirklich fest im Sattel saßen das waren die hier die Jesuiten sie haben die Schulen beherrscht sie haben die Kirchen beherrscht sie hatten alles im Griff der Staat ging vor die Hunde weil man über 250 Jahre hinweg die Protestanten die wirklich fleißig waren die selbst denken konnten die dem König gedient hätten denn wer Gott gehorcht wird in weltlichen Fragen auch der Obrigkeit gehorchen die hat man aus dem Land gejagt man hat all das aus dem Land gejagt was einem Sicherheit gebracht hätte liebe Freunde wenn wir die Bibel aus unserem Leben verjagen dann verjagen wir unsere eigene Sicherheit wir verjagen unseren eigenen Wohlstand wir verjagen all das was uns Glück und Freude bringt je mehr wir uns gegen die Glück und diese Bilder kennt man dann vielleicht aus dem Geschichtsunterricht das ist kurz vor der Revolution das ist nicht die Ursache der Revolution das ist schon das Resultat der Ursache der normale Geschichtsunterricht die normale Geschichtswissenschaft fängt hier an und sagt oh da gab es Missstände in der Bevölkerung der dritte Stand der dritte stand die armen Bauern und Kleinbürger die mussten den Adel und den und den Klerus tragen das waren die Ursachen der Revolution nein das war nur das Resultat der Tatsache dass man vorher die Protestanten aus dem Land getrieben hat deswegen kam es so weit am Hof herrschte die totale Verschwendung weiß nicht wer das ist der Sonnenkönig Louis der 14 und das wer sei nicht war und das ist sein Nachfolger Louis der 15 besonders berüchtigt für seine vielen Mätressen die gehabt hat und er hat ein riesiges Heer unterhalten hat sich nicht um die Bevölkerung gekümmert und als dann der Staatsbankrott klar war hat er etwas ganz berühmtes gesagt nach mir die Sintflut interessiert mich nicht sollen noch die anderen fertig werden Hauptsache uns geht es gut er hat seinen Beratern wohl tatsächlich gesagt sorgt dafür dass die Finanzen noch so lange halten solange ich am Leben bin dann ist mir egal als er dann starb ging es los Rom hatte gedacht dass wenn man den Protestantismus unterdrückt dass man das ganze Volk im Griff haben kann aber in dieser Sache hatte sich Rom getäuscht denn plötzlich ging es Rom selbst an den Kragen plötzlich waren sie selbst die Opfer denn wenn man immer nur Ungerechtigkeit und Unterdrückung und Verfolgung sieht dann erntet man genau das und irgendwann war der Tropfen hat der Tropfen den Stein ganz ausgeholt irgendwann war das Fass zum Überlaufen voll und der Volkszorn brach aus hier mit dem berühmten Ballhaus Schwur 1789 was passiert war es war so schlimm geworden der Staatsbank Ort war so grandios dass man alle Stände zusammengerufen hat 1789 und dann hat sich einfach der dritte Stand das heißt die Bauern und die nicht privilegierten Bürger haben sich einfach zur Nationalversammlung erklärt haben gesagt wir sind jetzt hier die Gesetzgeber entweder macht mit oder es gibt Ärger hat der König Angst bekommen hat den anderen Ständen befohlen sich anzuschließen und dann wurde von weniger Wochen wurde die Ständegesellschaft abgeschafft klingt toll ich war kein Adel mehr keine Priester mehr und jetzt hatte plötzlich das Volk das Sagen und das gilt für uns immer als so der Meilenstein der Demokratie hier war jetzt ein Volk an der Macht das über fast 300 Jahre lang nur Unterdrückung gesehen hat das nur gesehen hat wie Andersdenkende verfolgt werden sollten und die haben plötzlich die Macht was werden die wohl machen nur wenige Jahre später beschließt man die Guillotine naja das ist diese Tötungsmaschine die man erfunden hat um möglichst effizient Menschen umzubringen dass nur noch die verwendet werden kann bei der Vollstreckung von Todesurteilen und dann kam der Sturm auf die Tullerien wo man den König festgesetzt hat man hat dann aus reiner Panik heraus gab es das September Massaker man hatte die Nachricht bekommen feindliche Armeen haben die Grenze von Frankreich überquert man hat solche Angst bekommen dass man einfach diese Wut hat sich entladen indem man einfach in die Gefängnisse gerannt ist und um sich geschlagen hat und Leute ermordet hat egal ob sie Revolutionsgegner waren oder nicht einfach alle umgebracht dann am 21.1.1793 wurde der König hingerichtet und dann hat man am 10.3. ein Revolutionstribunal eingestellt oder einberufen das war unanfechtbar mit anderen Worten was dieses Gericht gesagt hat konnte nicht zurückgenommen werden jetzt wie nennt man sowas und das das ist eigentlich nichts anderes als man hat Unfehlbarkeit gelernt man hat Unfehlbarkeit ausgeübt das ist eine Diktatur nicht wir nennen das heute Demokratie im Rückblick aber eigentlich war es eine Diktatur hier ein Bild vom September Massaker wie gesagt es war einfach eine Panik die ausgebrochen ist und aus lauter Angst vor irgendjemandem hat man einfach unschuldige Leute umgebracht dramatische Szenen die sie abgespielt haben hier die Hinrichtung von Ludwig dem 16 das war der Nachfolger von Ludwig dem 15 der gesagt hat nach mir die Sintflut hier war die Sintflut da und da haben wir noch ein Bild und hier hatte man schon seinen Vorgänger vom Sockel gestoßen den konnte man nicht mal guillotinieren der war schon als Skulptur da aber man hat den König das sehen lassen schau her wir haben keine Respekt mehr vor euch und jetzt hauen den Kopf ab man hatte über Jahrhunderte die Märtyrer gesehen und jetzt war man selbst dran man hatte die zehn Gebote abgeschafft stattdessen etwas anderes erfunden weiß jemand was das ist die Erklärung der Menschenrechte ist ganz toll oder wenn man das hier anschaut wie sieht das aus zehn Gebote nicht war jetzt wenn das aussieht wie zehn Gebote was soll das wohl ersetzen die zehn Gebote was wir jetzt in den nächsten Folien sehen werden ist das sichere Resultat was passiert wenn man Gottes Gesetz gegen menschliche Gesetze eintauscht wo hatten die das her sie hatten über hunderte jahre gesehen wie eine Kirche menschliche Tradition über Gottes Wort stellt jetzt haben sie nur noch einen Schritt weiter belegt haben gesagt wir tun die Kirche ganz aus dem Fenster werfen naja wie auch immer es gibt viele Leute die sich viel Gedanken machen wer am Ende dahinter gesteckt hat soll ich ihnen sagen wer dahinter gesteckt hat wer der eigentliche Gründer hinter der französischen Revolution war wollen die wissen welcher Orden es gibt Leute die sagen es waren die Jesuiten die Illuminaten es gibt Leute am Ende in welcher Funktion noch gebraucht hat ist vollkommen unerheblich wenn wir Gottes Gebote beiseite schieben ernten wir die Herrschaft Satans und das Kuriose ist dass diese Schreckens Herrschaft die nichts anderes darstellt als die Herrschaft Satans auf dieser Erde für einige Jahre heute als das Muster der Demokratie dargestellt hat wir lernen an der Schule als den Meilenstein der Zivilisation in Wirklichkeit Woche das beste Beispiel dafür was passiert wenn Satan mal volle Kontrolle hat wenn alle Religionen über den Haufen geworfen hat das ist was passiert ist man hat dann einen Wohlfahrtsausschuss gegründet woran denken Sie beim Wort Wohlfahrtsausschuss an was Gutes nicht Wohlfahrt das klingt wie Geld für die Armen Hilfe für die Blinden das klingt Wohlfahrt nicht war und dieser Wohlfahrtsausschuss hat dann bald alle politische Macht übernommen und wollte dem Volk nur noch Gutes tun jetzt schauen Sie mal was das Gute war Robespierre Maximilian Robespierre wurde dann der Leiter dieses Wohlfahrtsausschuss und man hat dann immer mehr Angst bekommen man hatte schon die Adligen weg gemordet man hatte die Christen weg gemordet die Priester die sich nicht unterstellen wollten Protestanten gab es kaum noch welche waren schon vorher alle weg jetzt war man unter sich aber wenn man immer nur Hass hat und Hass sieht und kein Vertrauen hat dann beginnt das Unvertrauen auch in den eigenen Reihen wenn man selbst mit Revolution arbeitet bekommt man Angst dass auch vielleicht der Freund noch eine Revolution hinter einem plant wenn man selbst im Geheimen jemanden eine Sache umsturzen will dann bekommt man die Angst dass vielleicht der andere das auch über einen selbst denkt und so macht sich die Panik breit unter den Revolution dass vielleicht die eine Partei oder die andere das Ganze wieder noch ändern könnte und so fängt man an sich gegenseitig abzuschlachten Robespierre bekennt sich am 5. September zum Terror und sagt wir müssen jetzt durch Terror regieren ansonsten lässt sich diese Revolution nicht aufrechterhalten heute wird oft diese Terror Herrschaft als ein Auswuchs na die wusste nicht wie man Demokratie macht dargestellt wir werden gleich sehen Robespierre wusste Terror ist die einzige Möglichkeit so eine so eine Regierungsform aufrecht zu halten man hat dann Maria Antonette hingerichtet und dann hat man angefangen die einzelnen Parteien die nicht mehr ganz auf Linie waren die selbst Revolutionsführer waren hinzurichten zuerst die Girondisten und dann andere er sagt hier der Terror ist nichts anderes als unmittelbare strenge und was unbeugsame Gerechtigkeit das gibt es auch gar nicht was hatte man abgelehnt die Gerechtigkeit man wollte auch Gerechtigkeit diese Gerechtigkeit führt zu was zu Frieden zu Freude zu ewigem Leben diese Gerechtigkeit führt zu BANG Kopf ab das ist die Gerechtigkeit es heißt hier sie ist also Ausfluss der was ist Tugend Moral Charakter der Maxime Robespierre war kein Spinner das war kein Fanatiker man sagt er war der unbestechlichste Revolutionsführer der ganzen Zeit das Volk hat ihn geliebt bis er zu dieser Position kam weil er immer unbestechlich war er war ein brillanter Denker und er wusste wenn wir schon das Gesetz Gottes beiseite legen dann ist das das einzige was daraus folgt wir müssen jeden einzelnen der nicht auf unserer Seite exekutieren das ist die logische Folge hier zeigt sich das wahre Wesen der Revolution sie ist ein besonderes Prinzip ein besonderes Prinzip als die Konsequenz des allgemeinen Prinzip der Demokratie in seiner Anwendung auf die dringendsten Bedürfnisse des Vaterlandes also der sagt allen Ernstes das dringendste Bedürfnis des Vaterlandes ist Kopf ab mit jedem der nicht auf Linie ist jetzt möchte ich eine Sache ganz deutlich sagen weil wir es später brauchen werden wenn man Gottes Gesetze wissentlich ablehnt ist die einzige Konsequenz dass man die tötet die nicht auf Linie sind das was er sagt jetzt werden sie sagen das ist ja Quark das ist ja das ist ja unvorstellbar das kann ja heute nicht mehr passieren wissen die das alle Nationen die bisher seitdem es gewagt haben Gottes Gesetz bewusst beiseite zu also ganz bewusst so genau selber erlebt haben Stalin und Lenin Hitler ist überall dasselbe passiert und was würde wohl passieren übrigens die Franzosen das waren keine Barbaren das waren keine Goten die irgendwie durch die Wälder gezogen sind das waren vielleicht haben sie eine kleine Vorstellung von französischer Kultur vielleicht können sie sich gedanklich hineinversetzen in die Welt des Barock Versailles nicht wahr die Tänzer und diese ganz feine französische Kultur das waren keine keine Teutonen die da durch den Wald geraten das waren diese ganz feinen kultivierten zivilisierten hochphilosophischen Franzosen die Voltaire gelesen haben die zu dem Schluss gekommen sind wenn wir das ernst machen dann können wir nicht anders als einfach den Leuten wagenladungsweise den Kopf abzuschlagen das ist die Herrschaft Satans es sieht so toll aus so künstlerisch so wissenschaftlich so philosophisch am Ende ist es genau das schau mal was passiert ist außerdem außerdem waren sie noch im Krieg sie haben versucht die Revolution nach Europa zu bringen haben sich mit allen Nationen die es in Europa gab in den Krieg verwickelt hier haben wir die Schlacht hier die Kanonade von Valmy man hat dann alle die nicht auf Linie waren umgebracht manche hat man ertränkt und hier eine Karikatur aus England Robespierre hat schon alle umgebracht jetzt gibt es keinen den noch guillotinieren kann bleibt nur noch der Henker selbst und das ist nur knapp übertrieben am 14.03. werden dann die Hebertisten hingerichtet dann die Dantonisten das sind alle die verschiedenen Gruppierungen da kommt der berühmte Spruch her die Revolution frisst ihre eigenen Kinder man könnte es auch umformulieren die Sünde frisst ihre eigenen Kinder schon mal jemals gefragt was ist an dieser Sünde so schlimm wenn ich jetzt Gottes Gebot übertrete ist doch nicht so schlimm als ob Gott es jetzt sagt oder nicht ich kann doch auch mal dann bin ich doch viel freier oder Sünde frisst ihre eigenen Kinder die Revolution frisst ihre eigenen Kinder dann wurde die Feier des höchsten Wesen ich frage mich mal welches höchste Wesen ist eigentlich angebetet worden das hat man gesagt wenn ich das hier sehe habe ich persönlich nur eine eine Schlussfolgerung es war letztendlich Satan man hat zu Satan gebetet in jener Zeit wurde dann ein neues Terrorgesetz errichtet jeder wurde hingerichtet der auch nur verdächtig war es gab keine Urteile mehr es wurde einfach nur folgendermaßen mit beschrieben dann kamen jene Tage als die grausamsten aller Gesetze von dem unmenschlichsten aller Gerichtshöfe gehandhabt wurden als niemand seinen Nachbar grüßen oder sein Gebet verrichten konnte ohne Gefahr zu laufen ein Kapitalverbrechen zu begehen als in jedem Winkel Spione lauerten als allmorgendlich die Guillotine lange und schwer arbeitete die Gefängnisse so gedrängt voll waren wie die Räume eines Sklavenschiffes in den Straßenrinnen das Blutschäumen der Saint zu alte während täglich Wagenladung mit Opfern durch die Straßen von Paris ihrem Schicksal entgegen gefahren wurden schwelgten die Kommissare die der Konvent in den Provinzen gesandt hatte in übermäßiger Grausamkeit wie man sie selbst in der Hauptstadt nicht kannte das Messer der Todesmaschine stieg und fiel zu langsam für das Werk der Metzelei lange Reihen von Gefangenen mähte man mit Kartätschen nieder besetzte Boote wurden angebohrt Lyon wurde zur Wüste in Arab blieb den Gefangenen selbst die Grausame beim Herzlichkeit eines schnellen Todes versagt die ganze Loire hinab von Samur bis zum Meer Fraßen Scharen von Krähen und Weihen an den nackten Leichnamen die in abscheulichen Umarmungen miteinander verschlungen waren weder dem Geschlecht noch den Altern erwies man beim Herzlichkeit die Anzahl der Jünglinge und Mädchen von 17 Jahren die von dieser fluchwürdigen Regierung ermordet wurde ließ sich nach Hunderten berechnen der Brust entrissene Säuglinge wurden von Spieß zu Spieß die Reihen der Jakobiner entlang geworfen Gott wo bist du zeige dein Zorn Gott musste seinen Zorn nicht zeigen er musste nicht donnern die Revolution hat ihre eigenen Kinder gefressen Gott musste nicht am Himmel schreiben hier bin ich was habt ihr getan er hatte einfach nur laufen lassen was Frankreich sich wünschte und in wenigen Monaten war das Land am Ruin am Ende wurde Robespierre selbst hingerichtet und das war eigentlich die einzige Konsequenz die das Ganze haben konnte und ein Schrei ging aus Frankreich empor zum Himmel das sind die Zehn Gebote weiß jemand wie die Zehn Gebote in der Bibel heißen sie werden genannt das Gesetz der Freiheit Freiheit und als man die Zehn Gebote beiseite genommen hat und Freiheit Gleichheit Brüderlichkeit dann war das die Brüderlichkeit und die Gleichheit die wir gerade gesehen haben sie wurden alle nacheinander umgebracht das war die Gleichheit Lieber Freund liebe Freundin vielleicht sagst du ach die Bibel muss man wirklich die Zehn Gebote halten ist das so notwendig muss man der Bibel folgen wenn du schon der Bibel nicht glaubst dann schau doch wenigstens in die Geschichte was passiert wenn Menschen wissentlich sich gegen Gottes Wort die Lektion ist zu deutlich als dass man sie nicht übersehen könnte Jesaja sagt oh dass du auf meine Gebote gemerkt hättest so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom deine Gerechtigkeit wie Meeresfällen wenn wir Gottes Gebote ernst nehmen dann müssen wir das alles nicht erleben wir müssen nicht von der Sünde aufgefressen werden es heißt aber die Gottlosen spricht daher haben was wer hatte wohl Recht gehabt diese Vernunft Kult Priester oder die Bibel es hat nicht lange gedauert es war für ganz Europa deutlich zu sehen wer bei mir gehorcht wird sicher wohnen und ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten die Frage die ich heute Abend auch an sie habe ist wem möchtest du lieber Freund liebe Freund wem möchtest du folgen dieser Freiheit oder der Freiheit die die Welt bietet dieser Gerechtigkeit oder die Gerechtigkeit von der die Welt schreit dieser brüderlichen Liebe oder der Brüderlichkeit die uns heute verkauft wird machen wir uns sich vor sowohl die westliche Demokratie als auch der östliche Kommunismus all die verschiedenen modernen Regierungsformen sagen alle dass die französische Revolution ihr großer Maßstab ist ich möchte die Bibel zu meinem Maßstab haben denn wenn wir uns an der französischen Revolution orientieren dann werden wir irgendwann auch die Früchte der französischen Revolution ernten das ist das Gesetz der Geschichte dann werden wir nämlich da enden aber dazu ein andermal mehr und was in England hier als Satire fast ein bisschen mit bitterer Ironie dargestellt wurde wie sehr man sich freut über die Freiheit kein König keine Religion kein Gott und keine Verfassung mehr das war in Wirklichkeit ein lang gehegter und geplanter Schachzug und wenn jemals sie sich gefragt haben was wäre wohl aus unserer Welt geworden wenn Gott nicht seinen Sohn gesandt hätte wenn er nicht nochmal ein Friedensangebot gemacht hätte wenn er nicht seine Hand ausgestreckt hätte wenn wir einfach uns selbst überlassen geblieben wären dann schauen sie mal nach Frankreich am Ende des 18. Jahrhunderts das wäre aus unserer Welt geworden flächendeckend über alle Zeit sind wir Gott dankbar dafür dass er diese Welt nicht aufgegeben hat dass ein Heiliger Geist an dieser Menschheit wirkt denn dort wo er einmal den Heiligen Geist zurückgezogen hat weil man ihm gesagt hat geh da zeigt sich was das Resultat ist die Bibel sagt in Sprüche 11 Vers 5 die Gerechtigkeit des Unsträflichen ebnet seinen Weg den Gottlosen aber bringt seine eigene Gottlosigkeit zu Fall es war nicht Gottes Strafgericht es war die eigene Gottlosigkeit wenn auch ein Sünder 100 mal Böses tut und lange lebt so weiß ich doch dass es denen gut gehen wird die Gott fürchten vielleicht fragen sie warum geht es diesen Menschen so gut die sich gegen Gottes Wort stellen und ja eine Zeit lang sah es so aus als ob es in der Französischen Revolution den Menschen ganz toll gehen würde hatten jetzt Freiheit nicht war waren befreit von den Steuern und dies und jenes und neue Verfassung sah gut aus aber das dicke Ende kam lassen sie sich nicht verführen vom Satan aber dem Gottlosen wird es nicht gut ergehen warum weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben darum sollen sie von der Frucht ihres eigenen Weges essen liebe Freunde du hast die Wahl du kannst durch deine Entscheidung bestimmen was am Ende in deinem Leben die Frucht sein wird und das ist eine Lektion die Geschichte lernen kann du kannst bestimmen durch deine Entscheidung wie deine Zukunft sein wird das heißt sie werden von der Frucht die Bibel sagt uns und nach den dreieinhalb Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie dreieinhalb Tage sind wohl wie viele Jahre rechnen wir wieder dreieinhalb Jahre nicht schwer die Bibel sagt dass ihnen diese Zeugen die für dreieinhalb Jahre völlig umgebracht waren in Frankreich dreieinhalb Jahre später wieder Leben kommen sollte wie eine Auferstehung waren sie wieder da was ist passiert als diese Schreckensherrschaft nicht mehr zu ertragen war wurde nach dreieinhalb Jahren 1797 die Bibel wieder toleriert und wenn man dann sagt naja am Ende ist doch die Französische Revolution ganz gut ausgegangen das stimmt einige Sachen sind am Ende noch dann wieder ins Lot gekommen warum weil man wieder zurückgekehrt zu einigen Grundwerten die man vorher über Bord geworfen hat übrigens hat die Französische Revolution ihre Freiheit behalten können kurze Zeit später kam Napoleon Bonaparte der ein schrecklicher Diktator war erst kam ein Diktator und nach Napoleon kam wieder ein König die ganzen Errungenschaften waren alle wieder weg also ich frage mich eigentlich warum man diese Revolution so hoch hebt die Bibel kam zurück und dann sagt uns die Bibel wen hast du verhöhnt und gelästert erinnern wir uns noch an diesen Priester der gesagt hat Gott wo bist du Gott hatte geantwortet und schauen sie mal wie Gott geantwortet hat ganz interessant es heißt hier sie sollen erfahren dass mein Name her ist Gott hat seinen Namen und sein Wesen in einer besonderen Art und Weise gerechtfertigt denn in dem Vers den wir nicht gelesen haben in Vers 12 am Ende heißt es da stiegen sie die zwei Zeugen in der Wolke in den Himmel hinauf jetzt eine Sache ist es ja nicht wahr wenn jemand der tot war wie lebendig wird aber wenn er noch in den Himmel aufsteigt was hat man dann von Eindruck heiligt ja da wird jemand ganz schön empor geroben nicht wahr das ist wirklich erstaunlich übrigens wer hat das auch erlebt er war tot und wurde lebendig und ist in den Himmel aufgerfahren Jesus nicht wahr das Wort Gottes interessanterweise was ist passiert genau nach jener Zeit plötzlich brachen Bibelgesellschaften aus dem Boden hervor wie nie zuvor es das jemals gegeben hat 1804 die britische und dann die schottische und die württembergische 1812 hier in welcher Stadt Stuttgart ganz genau die isländische die amerikanische nur einige Beispiele man hatte bis 1804 das heißt in fast 1800 Jahrhunderten die Bibel bisher nur in 71 Sprachen gehabt und davon sind einige Latein und Angelsächsisch und Gotisch etwas was man gar nicht mehr lesen konnte innerhalb von wenigen Jahren hat sich das dann mehr als verdoppelt und Sie sehen wie sehr es sich verbreitet hat mit anderen Worten man hat in diesen 25 Jahren mehr Besetzung bewerkstelligt als vorher in 18. Jahrhunderten es ging exponentiell ist die Bibel plötzlich verbreitet worden aber nicht nur das auch das Thema Weltmissionen kam plötzlich zu einer ganz neuen Dimension um 1000 war Weltmissionen völlig vergessen die frühen Christen waren ja noch nach Indien gegangen und nach Äthiopien gegangen und nach Europa gegangen aber im Mittelalter hat es kein Interesse an Missionen mehr gegeben dann gab es die Kreuzzüge aber die sind nicht wirklich Missionen gewesen das war mehr Missionen mit dem Schwert und dann zur Zeit der Reformation hatte Europa mit sich selbst zu tun die einzigen die Missionen gemacht haben waren die Jesuiten die sind nach China gegangen und dann nach Südamerika und haben dort einiges getan im 18. 100 gab es die Brüdergemeinden die nach Amerika gegangen sind wir haben das ja bei Wesley angesehen aber es gab kaum über fast zwei Jahrtausende kaum um wirkliche Weltmissions Bemühungen und kaum war die Revolution zu Ende sind nicht nur die Bibelgesellschaften aufgesprungen die Bibelgesellschaften hier 1792 Baptist Missionary Society William Carey war der erste moderne Missionar der nach Indien ging er hat diesen berühmten Satz geprägt nimm dir Großes vor von Gott und erwarte Großes von Gott und 1795 und 96 97 99 die rheinische Missionary Gesellschaft hier in Deutschland die erste dann 1809 10 13 14 15 19 23 hier die American Board of Foreign Missions die größte amerikanische die 1812 Adoniram Judson nach Birma gebracht hat und die ganz schnell die Welt erreicht haben mit dem Evangelium und dann kam der technische Fortschritt das Dampfschiff und die Eisenbahn und die dafür gesorgt haben es gab verbesserte Druckmöglichkeiten und plötzlich ging das Wort Gottes durch die ganze Welt wenige Jahre zuvor schien es so zu sein durch die französische Revolution als würde der Satan alles kaputt machen und Gott lässt es vor einige Monate einige Jahre zu die Welt sieht wie katastrophal das war und plötzlich gibt es einen Drang das Evangelium in die Welt zu bringen wie niemals zuvor der Satan hatte sich mal wieder ins eigene Bein geschossen Voltaire hatte gesagt ich habe es satt die Leute immer wieder sagen zu hören dass zwölf Männer die christliche Religion gegründet haben ich will beweisen dass ein Mann genügt sie umzustoßen vielleicht kennen Sie die Geschichte Voltaire ist gestorben und in seinem Haus hat sich später eine Bibel Gesellschaft befunden keiner Waffe die gegen dich bereitet ist soll es gelingen dieses Buch ist von den größten Männer und Frauen die Weltgeschichte produziert hat angegriffen worden und ist noch heute in unserer Hand Voltaire ist tot Robespierre ist tot und all die anderen sind alle Geschichte die Bibel ist immer noch lebendig denn das Wort unseres Gottes bleibt ewig nicht und alle seine Verordnungen sind unwandelbar und wer auf dieses Wort Gottes baut der wird nicht zugrunde gehen wenn sie eine Sache aus der Französischen Revolution lernen dürfen bitte lehnen sie niemals das Wort Gottes ab es endet nur in einer furchtbaren Katastrophe aber unser Thema heißt ja zwei Republiken im Geschichtsunterricht gibt es immer nur die eine Republik die Französische Republik und wir haben viel Zeit damit verbracht wir werden nur einige Minuten mit einer anderen Republik verbringen mit dem Land der Freiheit nochmal ganz kurz zurück in der Reformation 16. Jahrhundert England ist protestantisch geworden und die Reformer haben viele Irrtümer Roms aufgegeben haben aber viele Formen Roms beibehalten hier die anglikanische Kirche die im äußeren immer noch Rom sehr ähnlich war man hatte gesagt viele dieser Dinge so Zeremonien sind ja nicht wirklich verboten in der Bibel und deswegen können wir sie ruhig Mensch es gab aber auch Reformer die gesagt haben wir machen nur das was die Bibel ausdrücklich sagt und nicht was sie nicht verbietet nur das was sie ausdrücklich sagt wollen wir machen und die haben sich natürlich furchtbar beschwert dass auch in den protestantischen Englern immer noch Kirche und Staat so verbunden waren wie unter Konstantin diese Leute die sich beschwert haben waren die sogenannten Puritaner mal gehört das Wort Puritaner die Reinen sozusagen und die waren nicht besonders beliebt besonders beim König hier mit James den ersten 1603 kamen auf den Thron und sagt folgendes entweder sollen sie sich den anderen anpassen oder er würde sie aus dem Lande hinaus hetzen oder ihnen noch Schlimmeres tun hatte keine Lust auf Leute die sich nicht der Staatskirche unterwerfen also man der hört nie auf und so kam es wie es kommen musste etliche Puritaner haben sich von der anglikanischen Kirche getrannt und sind nach Holland geflohen als sie in Holland waren haben sie festgestellt dass sie mit der holländischen Kultur nicht so richtig zu Rande kommen ich weiß nicht ob sie das nachempfinden können jedenfalls war ihnen das nicht so wirklich was sie haben sich eine Zeit lange aufgehalten hier in Leiden oder anderen Orten in Amsterdam hier eine Kirche wo die Puritaner gewirkt haben aber dann hat ihr Pastor Robinson eine Idee gehabt und es gab eine Möglichkeit man hatte davon gehört dass es einen anderen Kontinenten gibt der ist ja vor kurzer Zeit entdeckt worden Amerika und man hatte die Möglichkeit jetzt in Aussicht gestellt bekommen vielleicht dort über den großen Teich den Atlantik zu gehen und man hat das dann beschlossen das ist ein bisschen dramatisches Bild hier wahrscheinlich war es nicht ganz so dramatisch aber man hat sich zusammen gekniet und gebetet und schauen sie mal was dieser Robinson diesen Pilgervätern mit auf den Weg gegeben hat er sagt geschwister wir gehen nun voneinander und der Herr weiß ob ich euch solange ich lebe je wiedersehen werde wiederherst aber fügt ich befehle euch vor Gott und seinen heiligen Engeln mir nicht weiter zu folgen als ich Christus gefolgt bin achten mal ganz genau auf die nächsten Worte falls Gott euch durch ein was ein anderes Werkzeug irgendetwas offenbaren sollte so seid ebenso bereit es anzunehmen wie zu der Zeit da ihr die Wahrheit durch meine Predigt annahmt denn ich bin sehr zuversichtlich dass der Herr noch mehr Wahrheit und Licht aus seinem heiligen Wort hervorbrechen lassen wird dieser Robinson schickt die Pilger nach Amerika mit den letzten Worten es gibt bestimmt noch mehr Licht das ist das Hauptprinzip des Protestantismus Licht ist progressiv er sagt was mich anbetrifft so kann ich den Zustand der reformierten Kirchen nicht genug beklagen die in der Religion bis zu einer gewissen Stufe gelangt sind und nicht weiter gehen wollen als die Werkzeuge ihrer Erneuerungsbewegung gegangen sind was meint er damit die Lutheraner sind nicht zu veranlassen müssen etwas Neues machen die Lutheraner sagen ja genau wunderbar und dann ist Luther tot und was waren die Lutheraner bleiben da stehen bis hierhin noch nicht weiter und dann kam Calvin nicht war und Calvin sagt aber wir müssen noch das entdecken und Calvin ist tot und dann bleiben wir hier aber fast keiner hat verstanden dass es nicht darum geht wie weit komme ich sondern bewege ich mich lieber Freund es kommt nicht darauf an wie viel weiß ich sondern bewege ich mich vorwärts manche Leute sagen ich ich schon so viel in der Bibel ich brauche nicht mehr manche sagen ich habe so wenig das kann ja gar nicht ausreichen was ich an wissen habe darum geht es gar nicht im protestantismus in der Bibel geht es nicht darum wie viel habe ich schon erreicht es geht darum bin ich bereit weiter zu gehen und wenn ich so wenig weiß aber bereit bin weiter zu gehen bin ich ein protestant wenn ich so viel weiß aber das stehen bleibe bin ich eigentlich im Geiste Roms verhaftet das hat er verstanden und dann sagt er dies ist ein sehr beklagenswertes Elend denn wenn jene Männer in ihrer Zeit auch brennende und leuchtelichter waren so erkannten sie doch nicht alle Ratschläge Gottes sie würden aber lebten sie jetzt ebenso bereit sein weiteres Licht anzunehmen wie sie damals bereit waren das erste zu empfangen was er sagt ist Luther wäre heute zu seiner Zeit kein Lutheraner mehr wow und dann sagt er denkt an euer Gemeindegelöbnis indem ihr euch verpflichtet habt in allen Wegen des Heeren zu wandeln wie sie euch bekannt geworden sind oder noch bekannt werden ich weiß nicht liebe Freunde wie es dir geht vielleicht sagst du ich hab das und das und das erkannt das reicht mir bist du bereit wenn du etwas Neues entdeckst auch das Neue umzusetzen auch wenn dein Priester Prediger Pastor Guru das nicht erkennt das ist der Geist des Protestantismus man kann über die Lehren des Protestantismus sprechen Sola Scriptura und Sola Fide und so weiter aber der Geist des Protestantismus ist voran gehst du in deinem persönlichen Leben gehst du voran oder bleibst du da wo deine Eltern dich abgesetzt haben oder dein Pastor dich abgesetzt hat oder wer auch immer gehst du voran das ist die Frage denn er sagt denkt an euer Versprechen und an euren Bund mit Gott und miteinander alles Licht und alle Wahrheit so euch noch aus seinem geschriebenen Wort kundgetan werden soll anzunehmen dennoch achtet darauf darum bitte ich euch was ihr als Wahrheit annimmt vergleicht sie wägt sie mit anderen Schriftstellen der Wahrheit ab ehe ihr sie annehmt gegenseite ist nicht alles aufschnappen was ein anderer sagt klug sein überlegen an der Bibel prüfen denn es ist nicht möglich dass die christliche Welt so plötzlich aus dichten antichristlichen finsternis herauskomme und ihr dann auf einmal die volle Erkenntnis aufgehe wissen wir was das bedeutet das bedeutet man warnt sich schon in einem ganz ganz dunklen Raum für längere Zeit und sie machen diesen ganz ganz dunklen Raum auf und kommen in einen Raum der mit Flutlicht beleuchtet ist was machen die Augen die machen richtig was machen die kann ich nicht übertragen nicht mehr was macht ein Mensch der von der Bibel keine Ahnung hat und Gott würde ihm in einer Nacht oder in einem Tag alle weiten der Bibel offenbaren was würde er machen zu viel schon ein Gefühl zu viel gehabt deswegen macht Gott das nicht so Gott gibt uns immer nur eins nach dem anderen und manchmal haben wir eine Sache verstanden und endlich umgesetzt und wir denken jetzt haben wir es nicht wahr ach jetzt sind wir so weit und dann gibt Gott das nächste und dann kämpfen wir damit und dann irgendwann sind wir diesen Schritt gegangen und sagen jetzt habe ich es aber erreicht und dann kommt das nächste weil Gott weiß wenn er gleich alles geben würde würden wir gar nicht gehen nicht wahr also führt er uns so Schritt für Schritt wie so ein komm komm weil Gott weiß ja wie wir sind na jedenfalls sind sie haben sie das beschlossen und sie sind dort auf das Schiff gegangen weiß jemand wie das Schiff hieß das war die Mayflower die Mayblume ich weiß nicht ob sie im Mai losgefahren sind sie sind nicht im Mai angekommen das kann ich sagen es hat lange gedauert und die Schiffe damals waren nicht so komfortabel wie die Aida heute man sagt dass als sie dann das Land erreicht haben mussten einige dann wirklich mal sich um ihre Hygiene kümmern war wirklich unter Entbehrung dass sie dort angekommen sind und im November sind sie dann in der Massachusetts Bay angekommen und haben Plymouth gegründet hier ein Bild das war doch schon Winter da sieht man ein paar Indianer die etwas verdurtschstauen was sind das für komische Menschen die schon übers Meer kommen und diese Leute die dort ankamen die aufgrund ihres Glaubens verfolgt waren und gehofft haben dass sie dort ein Land der Freiheit finden weiß jemand wie viel von denen den ersten Winter überlebt haben 50% die Hälfte ist gestorben im ersten Winter es war unter unvorstellbaren Opfern dass sie diesen ersten permanenten Siedlungspunkt in Nordamerika errichtet haben es gab schon einige Siedlungen zuvor James Town zum Beispiel die sind ja aufgegeben worden es waren die ersten die überlebt haben und auch nur durch eine göttliche Fügung denn aus irgendeinem Grund hatte man keinen Samen dabei kein Saatgut man hat dann in indianischen Begräbnisanlagen die Indianer hatten so Grabbeilagen gegeben und da waren so Mais und so Saatwaren dabei und hätte man das nicht gefunden wären sie alle verhungert und die haben das gefunden und hatten dann was zum Anbauen und konnten dann noch sich gerade so ernähren war ziemlich interessant die Geschichte das ist hier die alte Karte wo sie da ankamen und da ihre ihre Siedlungen gegründet haben das ist die Gegend heute eigentlich ganz schön aber damals ziemlich rau aber was interessant ist dass selbst diese Puritaner noch nicht wirklich Freiheit begriffen hatten sie waren zwar schon in der Freiheit aber es heißt hier sehr wenige selbst der hervorragendsten Denker und Sittenlehrer des 17. Jahrhunderts hatten einen richtigen Begriff von jenem herrlichen dem 9. Testament entstammenden Grundsatz der Gott als den einzigen Richter des menschlichen Glaubens anerkennt es kann also sein dass ich von Gott geführt werde dass ich in die Freiheit entlassen werde aber selbst noch nicht wirklich die Freiheit verstanden habe es kann sein dass Gott mir die Wahrheit offenbart und ich nehme sie an aber die Wahrheit ist noch nicht wirklich Teil von mir vielleicht kennen sie die Geschichte von diesem berühmten Gleichnis wo Jesus einem Menschen vergibt der dann nicht bereit ist dem anderen zu vergeben das was wir ganz oft erleben dass wir vielleicht bereit sind oder etwas erleben Gott zeigt uns etwas und sagt wir sind begeistert aber es dringt noch nicht wirklich hinein sie waren äußerlich frei aber innerlich haben sie selbst noch nicht so nicht begriffen deswegen hat einer der Puritaner dann gesagt als sie dort waren und dort auch gleich wieder so eine Art Staatskirche errichtet haben jetzt keine anglikanische Staatskirche keine römische Staatskirche sondern eine puritanische Staatskirche so ganz einfach oder die römer die römische Kirche verfolgt die Anglikaner bis die sich befreit haben dann gründen die eine anglikanische Staatskirche und dann verfolgen die die Puritaner und als die sich befreit haben gründen die eine puritanische Staatskirche und so geht das immer weiter und der eine von ihnen sagte Duldung macht die Welt antichristlich wenn ich ja dem anderen erlaube zu glauben was er möchte dann endet ihr am Chaos und die Kirche hat sich durch die Bestrafung der Ketzer nie geschadet das sagt einer der gerade entflohen ist aus Europa vor der Verfolgung können Sie sich das erklären? wissen Sie der Magna Conflictio der geht ganz tief hinein in uns wir wissen genau was unsere Rechte sind wenn es um mich geht nicht ja aber wenn es um den anderen geht der anders denkt als ich also ich brauche mein Recht und ich muss dafür ja aber der dem Religionsfreiheit für den schau doch mal was der das ist ja ganz gegen die Bibel was der sagt und das muss erstmal so richtig tief hinein und ich glaube erst wenn man das wirklich verstanden hat ist man ein echter Protestant jeder kann sagen Sodo Scriptura oh der Papst ist Antichrist das ist nicht so schwer es war jener Mann sein Name war Achtung Roger Williams Roger Williams kam elf Jahre nach Gründung der Kolonie und hat diese Idee als erster dort in Amerika verkündet er war wahrscheinlich der erste in der modernen Zeit überhaupt auf der ganzen Welt das Volk oder die Behörden sagte er mögen entscheiden was der Mensch dem Menschen schuldig ist versuchen sie aber einem Menschen seine Pflicht gegen Gott vorzuschreiben so tun sie was nicht ihres Amtes ist und man kann sich auf sie nicht mit Sicherheit verlassen denn es ist klar dass der Magistrat also der Beamte wenn er die Macht hat heute diese und morgen jene Meinung oder Bekenntnisse vorschreiben mag wie es in England von den verschiedenen Königen und Königinnen und in der römischen Kirche von etlichen Päpsten und Konzilien getan wurde so dass der Glaube zu einem einzigen Chaos würde also wodurch entsteht das Chaos nicht durch die Freiheit sondern durch die Vorschrift durch die Diktatur das heißt Williams verwarf dieses Gesetz denn die schlimmste Satzung im englischen Gesetzbuch war den Besuch der Kirche zu verlangen die Puritanen hatten gesagt wenn ihr hier nach Amerika kommt jeder der hierher kommt muss in die Kirche gehen man konnte auch kein Bürgermeister werden wenn man nicht in die Kirche geht und man konnte auch kein Richter werden wenn man nicht in die Kirche geht klingt doch gut oder da hat man auch garantiert dass die Bürgermeister christlich sind hat man garantiert dass die Richter christlich sind oder nicht so ganz Leute zu zwingen sich mit Andersgläubigen zusammenzutun betrachtet er als eine offene Verletzung ihrer natürlichen Rechte Unreligiöse und Unwillige zum öffentlichen Gottesdienst zu schleppen hieße Heuchelei verlangen niemand sollte zur Anbetung oder Unterstützung eines Gottesdienstes gezwungen werden fügte er hinzu was riefen seine Gegner aus die über seine Grundsätze erstaunt waren ist nicht der Arbeiter seines Lohnes wert wenn die nicht alle kommen wer soll denn die Priester bezahlen und dann sagt er ja erwiderte von denen die ihn einstellen was ist passiert raten sie mal man hat ihn verfolgt man hat den Edikt erlassen raus mit dem oder wir bringen dich um er wurde mit Haftbefehl gesucht die Puritaner die mit Haftbefehl in England gesucht worden waren und die den ganzen Weg über den Atlantik gemacht haben die Hälfte von denen gestorben ist und unter größten Mühen eine christliche Nation aufbauen wollten haben den ersten der nicht mit ihrer Meinung war verfolgt das ist unfassbar oder und das waren das waren das waren das waren das waren kluge Leute das waren Menschen die wirklich Jesus geliebt haben das waren Leute die mit der Bibel unter dem Arm zum Gottesdienst gegangen sind die mit der Bibel unter dem Arm zur Arbeit gegangen sind die mit der Bibel sogar am Einkaufen gegangen sind das waren wirklich heilige Leute würden wir sagen aber noch nicht wirklich war das Prinzip im Herzen angekommen und so musste Roger Williams durch die Wälder im Winter im Winter durch die Wälder Massachusetts Island und da gab es damals noch gar nichts keine Straßen keine Häuser keine Dörfer es gab nur eine kleine Kolonie und aus diesen kleinen Kolonien ist er vertrieben worden ansonsten gab es nur Bären und Indianer und Wald er sagt 14 Wochen Achtung wie viele Wochen also wenn er 14 Tage stehen würde wäre schon krass nicht aber 14 Wochen das sind wir 3 Monate musste ich mich in der bittersten Jahreszeit herumschlagen und ich wusste nicht was Brot oder Bett heißt 14 Wochen lang durch den kalten Winter und die Winter in Nordamerika sind noch etwas kälter als bei uns im Wald gelähmt die Raben speist mich in der Wüste bis er irgendwann Indianer gefunden hat die ihn aufgenommen haben interessant nicht dass die Indianer die von der Bibel nichts wussten freundlicher waren als die Puritaner die quasi schon auf dem der Straße zum Himmel waren das ist spannend und so ist er gewandert und gewandert und gewandert von Boston aus bis er hier zur Naringeset Bay gekommen ist und er hat einen Ort gegründet Providence die Vorsehung Gottes und diesen Ort hier haben wir ein Bild davon da hat er diesen Ort gegründet und dieser Ort wurde dann zu einem ganz kleinen Staat weiß jemand welcher Staat welcher Bundesstaat dort ist ist der Bundesstaat Rhode Island und in diesem Bundesstaat Rhode Island wurde die erste amerikanische Baptistengemeinde gegründet er hatte Kontakt mit den Baptisten war ihm am ehesten noch nahestehend und es war die erste erste Bundesstaat die erste Gemeinde wo religiöse Freiheit jedem erlaubt war jeder konnte kommen egal was er glaubte und konnte dort leben in Frieden es ist wahrscheinlich der erste Platz in der modernen Geschichte wo ein Mensch wirklich glauben konnte was er wollte selbst zu Martin Luthers Zeiten wenn ich Katholik war in Wittenberg musste ich auswandern ich war nach Bayern und wenn ich wenn ich Lutheraner war in Bayern musste ich nach Wittenberg gehen aber hier konnte zum ersten Mal jemand leben wo er da wo er war und glauben was er wollte er konnte Atheist sein er konnte Christ sein er konnte Baptist sein Methodist was auch immer er konnte Methodisten gab es noch nicht verzeigen aber er konnte sein was er wollte das war Freiheit was ist wohl aus dieser kleinen Republik geworden wie viel Guillotine hat es hier gegeben keine aus diesem kleinen kleinen Örtchen diesem kleinen Bundesstaat Rhode Island haben sie die Prinzipien entwickelt die schnell auf alle Bundesstaaten übergingen und aus den 13 Kolonien erwuchs bald eine Republik diese Republik hat auch Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit in ihrem Prinzip aber wissen Sie dass es einen Unterschied gibt zwischen der Verfassung der Französischen Republik und der Amerikanischen Republik die Amerikanische Republik hat die Bibel nicht abgelehnt sie lässt den Menschen frei in der Bibel zu glauben aber die Bibel ist trotzdem Grundlage das heißt wir halten diese Wahrheiten als selbstverständlich dass alle Menschen gleich geschaffen sind dass ihnen der Schöpfer gewisse und veräußerliche Rechte verliehen hat dass zu diesem Leben Freiheit und die Erlangung des Glückes gehören diese Unabhängigkeit Erklärung ist Gold wert es heißt in der amerikanischen Verfassung keine Religionsprüfung soll je erforderlich sein zur Bekleidung irgendeines öffentlichen Amtes in den Vereinigten Staaten heute gibt es ja viele Menschen die haben was gegen Amerika nicht wahr es gibt so in Europa mal diesen latenten Anti-Amerikanismus ich weiß nicht mögen sie die Vereinigten Staaten von Amerika ich sag ihnen was ich halte die Verfassung von Amerika für das großartigste Dokument das jemals von einem von einer verfassungsgebenden Versammlung jemals erlassen worden ist für mich ist das die größte Grundlage der Nation überhaupt damit habe ich nicht gesagt dass alles gut ist was heute Amerika macht dazu haben wir noch einen Vortrag dürfen Sie nicht verpassen aber das hier ist protestantisch und biblisch im tiefsten Sinne denn ist es nicht interessant dass Gott in seinem System jedem die Freiheit gibt und dass die Franzosen in ihrem System Freiheit Gleichheit Brüderlichkeit sogar noch die umgebracht haben die dasselbe geschrien haben dasselbe geglaubt haben in Gottes System habe ich Freiheit im System des Satans werde ich sogar noch umgebracht wenn ich ihm zustimme sie haben die Wahl der Kongress soll kein Gesetz erlassen das die Einführung einer Religion bezweckt oder deren freie Ausübung verbietet und diese Nation ist gewachsen das heißt Massachusetts bot durch eine besondere Verordnung den Christen jeder Nation die sich über den Atlantischen Ozean flüchteten um Kriegen Hungersnot oder der Unterdrückung ihrer Verfolger zu entgehen freundliche unentgeltliche Aufnahme und Hilfe an somit wurden die Flüchtlinge und die Unterdrückten durch gesetzliche Verordnung Gäste des Staates und so wuchs diese Nation und es war ein hartes Leben aber es war ein fruchtbares Leben sie haben naja nicht schnell Reichtum erworben aber Stück für Stück ist die Nation gewachsen und die Bibel war die Grundlage in den Schulen ist die Bibel unterrichtet worden in Kirchen ist die Bibel natürlich gepredigt worden und diese Nation ist gewachsen und gewachsen und was ist aus dieser Nation geworden ist sie auch untergegangen die französische Revolution Nein es stimmt es gab ein paar Kriege aber im Wesentlichen ist diese Nation gewachsen im Frieden bis sie zu einer Weltmacht wurde und wenn wir diese beiden Nationen Frankreich und die USA nebeneinander liegen die fast zur selben Zeit weiß jemand wann die USA Verfassung unterschrieben haben 1776 richtig das war ein paar Jahre vor den Franzosen die nebeneinander halten die hatten dieselben Ideen da waren dieselben Philosophen zur gleichen Zeit das war dieselbe Kultur waren ja auch viele Europäer die übergewandert waren und nur diesen einen übrigens hatten beide Nationen einen König beide hatten keinen König beide hatten keinen Papst keinen Oberhaupt der Kirche aber die Amerikaner hatten die Bibel die Franzosen nicht die Franzosen endeten in einem Blutbad die Amerikaner in einer Weltnation wenn man beides gegeneinander stellt kann man nur einen Schluss ziehen die Bibel macht den Unterschied liebe Freunde in unserem Leben ist es ganz genauso wir sind auch entweder Franzosen oder Amerikaner sozusagen entweder wir entscheiden uns für die Bibel oder gegen die Bibel und die Resultate werden am Ende immer deutlicher sichtbar sein wir sind am Ende angekommen für heute Abend bevor wir schließen möchte ich nur ganz kurz zusammenfassen was mit der Reformation passiert ist weltweit zu jedem Zeitpunkt mal abgesehen von den recht guten Entwicklungen in Amerika wie angesprochen in England in Deutschland und vielen anderen Orten war das was Konstantin getan hatte wieder Mode Kirche und Staat waren zusammengegangen es gab die lutherische Staatskirche es gab die kalvinistischen Staatskirchen überall ging das zusammen denn der Satan hat ja gelernt schon aus dem frühen Mittelalter nicht wahr wenn man nicht durch draufschlagen es verhindern kann dann gib ihnen einen Kompromiss Jesus hatte gesagt mein Reich ist nicht von dieser Welt aber zu viele Menschen verknüpfen Religion mit Politik auch damals und genauso wie Jesus abgelehnt worden war und genauso wie Johannes Martin Luther abgelehnt worden war genauso wurde dann auch am Ende des 18. Jahrhunderts Anfang des 19. Jahrhunderts ziemlich weit abgelehnt und die Bibel die Grundlage der Reformation wurde immer mehr in Vergessenheit geraten wissen sie man hat die Bibel nicht mehr verbieten können die Bibelgesellschaften gingen jetzt in die ganze Welt und hat die Bibel gedruckt an allen möglichen Sprachen und heute ist das ja noch so nicht wahr aber haben sie den Eindruck dass heute die Menschen die Bibel besser kennen als im 16. Jahrhundert es kostet heute nur noch ein paar Euros eine Bibel zu kaufen aus irgendeinem Grund kennen wir die Bibel immer noch nicht so gut jetzt was ist das wohl mag einer Konfliktion nicht wahr der Satan ist der nicht auf den Kopf gefallen er hat Jahrhunderte Erfolg gehabt indem er die Bibel verbietet oder sie in einer fremden Sprache lässt und als das nicht mehr zu verhindern war als einfach die Bibel als Gott alle Tore geöffnet hat und die Bibel in die Welt hinausging hat er es geschafft den Menschen einzureden die Bibel ist eigentlich gar nicht so wichtig kümmere dich um deinen Beruf kümmere dich um deine die Ausbildung deiner Kinder kümmere dich um deine Hobbys kümmere dich um diese spannenden Romane oder die Filme oder das und jenes Bibel und jetzt haben wir die kuriose Situation dass das wofür tausende von Märtyrern gestorben sind heute jedem zugänglich ist und jeder sagt ja wie ist es in deinem Leben schätzt du die Bibel die Reformation war wieder fast dort angelangt wo sie am Anfang stand und der Glaube der einmal den Heiligen überliefert ist der war wieder überdeckt mit vielen Menschenmeinungen Kommentaren nicht wahr die Lutheraner haben jetzt über Luther geschrieben und die Calvinisten über Calvin und man hat das kommentiert und Kommentar und das und jenes anstatt weiter zu gehen ist man stehen geblieben es war Zeit für eine Reformation wir wollen jetzt noch ein Lied hören und darüber nachdenken was wir in unserem Leben tun können damit die Reformation in unserem Leben weiter geht dass wir nicht stehen bleiben wo jemand anders vor uns gewesen ist lasst die Küstenfeuer brennen denn sie zeigen manchem Pilger den Weg nach Haus wir haben heute über die Pilger gesprochen die auch erst noch mal lernen mussten was es wirklich heißt nicht etwas nur zu wissen sondern auch anderen weiterzugeben und selbst zu leben wir haben über zwei Republiken gesprochen und letztendlich stehen diese beiden Republiken die französische und die amerikanische für die beiden Prinzipien die es gibt in diesem großen Konflikt gegen Gottes Wort oder für Gottes Wort das eine endete in einem Blutbad und war kurzlebig das andere ist gewachsen und gewachsen es war nicht immer einfach es war hart es gab Schwierigkeiten es gab Konflikte aber am Ende war da ein großer Segen und ein großes Friedensreich auf welcher Seite möchtest du heute Abend stehen auf der amerikanischen wenigstens diese einen Hinsicht und wenn es dein Wunsch ist möchtest du nicht auch so wie diese Puritaner es auch verstehen mussten es verstehen dass die Reformation nicht dort aufhört weil ein anderer sie gelassen hat sondern dass es weiter geht möchtest du in deinem Leben den nächsten Schritt gehen vorangehen nicht einfach nur mit dem dich beglügen was du hast sondern immer mehr nach Gottes Gnade dich ausstrecken wer von uns möchte sagen ich möchte voran ich möchte weiter Amen dann habe ich einen guten Vorschlag aber vorher beten wir noch lieber Vater im Himmel wir möchten dir von Herzen Dank sagen für diesen Abend wir möchten dir Dank sagen dass dein Wort und die Geschichte völlig übereinstimmen und dass wir das was dein Wort uns sagt wie auch in den Seiten der Geschichte so deutlich wiederfinden dass man es gar nicht missverstehen kann heute wird vieles uminterpretiert und so glatt gebügelt dass man die eigentliche Ursache und Wirkung gar nicht mehr sieht aber dein Wort deckt das alles wieder auf und so danken wir dir von ganzem Herzen dass wir heute lernen durften was den Unterschied macht zwischen Niedergang und Aufstieg dass wenn wir deinem Wort folgen wir echte wahre Freiheit haben und nicht die Scheinfreiheit die nur in einer Katastrophe endet bitte bewahre uns davor dass wir dein Gebot leichtfertig beiseite schieben oder übertreten denn wir haben gesehen wo es führt wir möchten dich bitten von ganzem Herzen dass du uns die Kraft schenkst neue Wahrheit zu erkennen und ihr dann auch folgen zu können wenn es dein Wort wirklich ist und so bitten wir dich dass du uns bald wieder gesund zusammenbringst hier am Freitag dass wir mehr lernen dürfen aus deinem Wort und in der Reformation vorankommen können so wie du es uns zeigst im Namen Jesu beten wir Amen Amen